Herzlich willkommen zurück zu PlayerUnknown's Battlegrounds Lite, zu PUBG Lite zum sage-und-schreibe-zweiten-Pubgi-Stream am heutigen Tage. Mensch, ist das lang her, dass wir sowas mal hatten. Wollen wir Richtung Severi? Ja. Ein bisschen was ist leider schiefgelaufen mit Green Hell und deswegen wurde das ein bisschen verschoben, so können wir es leider nicht hundertprozentig weitermachen. Und deswegen machen wir am Samstag einfach damit weiter und da mir nichts besseres tatsächlich eingefallen ist, beziehungsweise ich halt jetzt wirklich noch nicht mit einem neuen Singleplayer starten wollte, so kurzfristig, damit auch alle dabei sein können, die darauf auch Bock haben beim Anfang. Kommt jetzt nochmal, PUBG. So ist es. Wir sind zu zweit unterwegs und zwar Micha und ich. Moin, moin. So sieht's aus. So schaudert aus. Was ist heute noch für ein Tag? Mittwoch ist heute, ne? Mittwoch, glaube ich, ja. Könnte Mittwoch sein? Vielleicht war auch Dienstag oder Donnerstag. Dienstag. Ich glaube, heute ist Mittwoch. Hm. Ich glaube, heute ist Mittwoch. Was habe ich denn dann morgen? Ach, ich bin echt die Woche voll durcheinander, mit diesem dämlichen The Witcher-Debakel. Morgen ist irgendwas mit offen noch. Steht er auf dem Plan? Naja, weil dann, keine Ahnung, müsste ich eigentlich morgen schon mit irgendeinem Singleplayer am besten irgendwie anfangen. Jetzt sitzt du denn offen und danach PUBG. Oh. Oh. Aha. Aha. Das heißt... Ich muss noch was vorher machen. Oder vielleicht auch nicht. Oder so, ja. Früh ist halt immer schwer für den Slot. Da brauchst du halt auch schon was, was durchaus, sagen wir mal, einem jüngeren Publikum auch eher noch zusagt. Und da habe ich momentan einfach tatsächlich auch gar nicht so viele Spiele. Da ist es fast schon PUBG Lite und dann war es das. Battlefield ist nicht mehr, COD nicht mehr, Valorant auch nicht und dann hört es eigentlich schon auf, ne? Und Battlefield ist auch nicht so der Eyecatcher. Ja, und ich muss sagen... Ich bin der Eyecatcher, genau. Ah, Dugger's Araptor ist ja unglaublich. Machst du das? Ja. Was machst du hier? Ich kann noch gehen. Naja, ist gut. Aber Achtung, wir sind live, ne? Ja, kein Problem. Geile Sache. Und, wie läuft's so? Ja. Ja, ne. Alles klar, dann lass uns mal vorne anfangen. Voll warm draußen. Jetzt ernsthaft? Ja. Bei uns sind es an die 25 Grad. Was? Mhm. Ich war heute den ganzen Tag, ähm, am FKKsee. Aber natürlich mit Mundschutz, versteht sich selbst. Auch unten rum der Mundschutz. Nee, irgendwie muss ich ja trinken Ja, ja, so schaut es aus Moin Moin zusammen, Moin 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 Moin, alle zusammen Willkommen Ja, sehr gut, Rübert, dann Wo bist du oder hast deinen Namen geändert? Kann es sein, dass du Artescha Lonely bist? Nein, bin ich nicht Uwe Vorunkel Auch nicht, oder? Nein Gar nicht so viele Leute hier mit dabei Weil wir hier fast immer nur untereinander spielen Habe ich echt nur eine Handvoll an Namen, die nicht von uns sind Ey, weil zuletzt habe ich so viele Durch diese Arcade-Matches Ah, stimmt, stimmt, stimmt Das könnte auch erklären, warum ich da überhaupt welche mit drin habe Goose Fringe Lai Wulong Utze Tja, ich habe Scheno98 Crazy Dark Rex White Haas Kumme LB BHDR7 Da wirst du auch nicht schlau draus, sage ich dir Nee So, bin online Na gut, Diggi Jetzt ruf ich dich mal raus Seh dich nicht Gut, da haben wir einen Einen guten Granaten, Kalle Was denn? Ja, dein Name Ist geil, ne? Ja, musst du dir einen anderen Namen geben müssen Wieso? Nee, Rubberdug meine ich Achso Ja Schau dir mal mein Outfit an, Rubberdug Hast du das schon gesehen? Ja Guck mal Gucken wir mal die Farbe des Beines an Weiß nicht, was ist damit? Es ist so ekelhaft einfach nur Okay, keine Ahnung, ich weiß nicht Richtiger Kurzfrocken Moin auch Bouge Mio Moin auch Du Rasse, danke für die netten Worte Ja, Nikolai Green Helles Heute kann ich es jedenfalls nicht machen Ich will es halt nicht unbedingt alleine weiterspielen Weil wenn wir jetzt bauen und so Es ist halt ein gemeinsames Projekt Ähnlich wie bei Seven Days to Die Und da hat leider was nicht geklappt Was mitspielermäßig so angeht Und deswegen Gibt es es halt am Samstag Und heute nicht So sieht es aus So schaut das aus So Ist es nicht warm in Berlin? Ja doch Aber jetzt nicht 8 bis 10 Grad kälter Ja, also Ich würde auch sagen Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut Wie warm es ist Aber ich würde sagen So So 17 Grad oder so 19 19 in Berlin Und 24 bei mir Und in Regensburg Übrigens 21 Grad Geil Boah, ich sehe schon aus Als wenn ich in drei Wochen Wo Gran Canaria war oder was Wie war es dort? Ja, geil Und? Wie und? Ja, ich weiß nicht Da würde ich gerne hinfliegen Auf jeden Fall Ich dachte es gibt Irgendwo ein bisschen Zuwachs Aber Da gibt es nicht Gibt es nicht Gibt es nicht Ja gut Das ist natürlich scheiße Du musst das noch ein bisschen warten Ja, wir wollten Wir wollten ja zwei Wochen Achso Aber Ich dachte das war ein Scherz Nee, nee Wir wollten echt zwei Wochen Aber War nichts mit fliegen Und Boots fahren? Ja, Boots fahren ist auch nicht Na gut Dann halt nicht Also ich Ich Wehe ja nicht übertreiben Aber ich habe eine 200 Zimmer Wohnung Und Frühstück Wäre inklusive Ja Ne? Weißt du Bescheid Ich habe auch einen Keller Ne? Da ist Da kannst du sicherlich auch noch irgendwas mit Machen Ich weiß sogar schon Wo drauf du sitzen musst Auf meinem Fahrrad Was ist das? Das gibt es doch nicht im Großen und Ganzen Weil der Satz schon weg ist Das ist Rubberdugs Liebgegenstellung Ja Okay Was ist denn? Ja, wir haben Kontaktus Ich kann nicht Zwei Boys sehe ich hier vor mir Linke Seite Hast du gerade mit deinem Kopf die Scheibe eingeschlagen, Rubberdug? Ja Hast du auch gesehen, ne? Na klar Vektor oben drin, wenn du willst Ne Gut dann halt nicht Dann halt nicht Ja, ne? Hallihallo Alter Das gibt es doch nicht Meine Güte Was geht denn da? Also ich freue mich sehr jetzt und nicht um es falsch zu verstehen, aber das Timing ist grandios Ich kann auch wieder gehen Nein, nein, nein Alles gut Nein, nein, nein Es war nur Wir haben angefangen im Duo Und kaum waren wir halbwegs dabei Kommt Rubberdug dazu Musst du wieder raus Jetzt sind wir gerade gelandet Und dann hörst du Hallihallo Ihr müsst doch nicht raus Wegen mehr Ich bin noch nicht so wichtig, Max Ja, das wissen wir, aber Ab ein Zweites Low Wo ist denn der? Direkt vor uns Klappt Da ist noch einer hinterm blauen Haus Bin drin Ich bin noch nicht geladen Hä? Der ist rausgesprungen, der Wexler Sorry Unten drin, Micha, unten drin Jetzt ist er wieder oben Er guckt runter, zur Treppe Okay Das war's? Ja, das war's Ja, hab ich da viel mitbekommen Na toll Na toll Na toll Ich bin ja froh, dass wir jetzt voll sind Ja Na warte mal Na warte mal Vielleicht kommt da noch jemand Ich kenn da so ne Kandidatin, die gleich dazu kommt Ach, jetzt spielt ihr nur zu zweit Mal noch Joker und Powerflink und Uniform und Laborball Willkommen Ja, nice Ich musste mein Auto in die Inspektion bringen Ne Und jetzt rate mal, was ich bekommen hab Ein Käfer Durchfall? Ja, ich glaube Jetzt, jetzt mal ohne Kack, ne Ich bringe meinen Wagen zu Mercedes Nice Und krieg Kacken Mazda 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 CX-5 CX-5 Das tut ja weh Dein Kalender Ja, das ist ja weh, ja Ich mein, wenn man, guck mal, wenn man Dies so anguckt, dann erwartet man aber auch nichts anderes Eigentlich eher so Fiat Punto Hätte ich jetzt damit gerechnet Jetstream 1.4 Fiat Party So ein schicker Multiplan Was? Multiplan Das hübscheste Auto, was es jemals gegeben hat Da gibt's so geile Memes, wie sie so zeigen Wie sie einfach ein Auto und ein anderes reingesteckt haben Und so, oder so Irgendwie so da drauf gekommen sind Mal noch rast So, wo geht's den Boys? Ist klar, Lager Das ist ne gute Frage Was haltet er vom Fe... Ja, ja, okay Was machen wir denn jetzt aus? Ja, ja, geh mal raus 1, 2, sehe ich Dann sprühen wir jetzt nicht steil nach unten gehen Dann... Die gehen steil nach unten Wusstest du eigentlich, dass Lara eigentlich jetzt auch anders genannt werden will? Wie denn? Lulu Achso Wegen Lukas Podolski? Nee, ich weiß nicht Ich hab letztens Lara irgendwie einen Namenherkunft gegoogelt Und da kam als Spitzname Lulu raus Okay Okay Ich glaub ich kein Problem mit Ich nenn die auch Lulu Das ist ein Dreiermoped bei mir Okay, bei mir Ich geh zum Dreiermoped Moin noch TLW Moin noch Manu Maus und Lucchini Willkommen Nimm mich mit? Klar Bats No Ui Jonas, hast du meinen Style schon gesehen? Ja, ja Vor zwei oder drei Tagen Geil, oder? Das geht ja gar nicht Ist der Wahnsinn Hör mir auf Das ist die typisch fränkische Nationalbekleidung Na, ich seh schon Nein, doch nicht Das ist der berühmte Franken Franken String Na dann Viel Spaß beim Looten So mit den Federn und so auf den Schultern Find ich das schon eine feine Sache Guck, dann ist so traurig jetzt, Lulu Oh Mann, ey Ja, lass ich Zweierhelme auf den Einser- auf den Einser-Container Auf den Einser-Container Ist okay Also, ne, wenn ihr wollt, wisst ihr Bescheid Zweierwesten gibt's auch noch Mann, 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 Mann Mann, 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 Mann Mehrere Pfannen Boah, die Zone, ey Was ist die denn? Lechte und Lechte Oh, wir müssen zur Brücke, ne? Und zwar bald Ich bin jetzt erstmal ordentlich looten nach den zwei guten Worten Die Einser-Container Mach es, mach es Ich geb dir denn noch ne Menge Geil Oh, warte Oh, Dreier-Rucksack Geil Ich kann noch ein Achter abgeben Ne, ernsthaft Also, je nachdem, was er findet Wäre ich echt dafür, dass wir so schnell wie möglich zur Brücke gehen Und dort richtig hart abcashen, wenn die da rüber gehen Bisschen bräuchte ich noch Brauchst denn du? Ja, alles Waffen Sag das gerade nicht, die Tieren Ja, gut Aha Alter Also, ich hab echt schon Ich kann eigentlich schon umdrehen Ich hab schon so viel Zeug Karabiner, achtfach AK komplett ausgestattet Dreier-Rucksack Medi-Stuff Easy KLM 16 Einser-Ausrüstung Wenn ich nicht Wenn ich nicht irgendwie gefühlt nach vier Containern immer runterfallen würde Und wieder neu hochlaufen muss Dann Hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Und ich kann sogar ein Achtfach abgeben Also Ich muss zu den Containern Alles andere macht keinen Sinn Ich auch Macht, macht, macht Also, ich Ja, das ist wirklich besser Im Prinzip bin ich Kann ich Ich muss hier schon nicht mehr weiter looten Für ne Brückencamperei Reicht das auf jeden Fall schon Zack, zack Noch mal ne Zweierweste Oh, ich glaub ich nehm ne M4 Gute Wahl Gute Wahl Genau Kann ich nämlich ein bisschen von der Siebner rauslegen Läuft nämlich auch Ich hatte natürlich irgendwo auch schon mal ein taktisches Lager gesehen Aber ich hab natürlich verplant, wo der ist Ganz weit weg, glaub ich Ne Geil So, zumindestens so Ich hatte das doch hier irgendwo vorne Hm Joa, also Wie schaut's aus? Wie weit seid ihr? Ich wär eigentlich auch ready Großen und ganz Die anderen? Ja, wir können auch noch ein bisschen warten Mir ist das Wayne Ich mein nur Jetzt, jetzt hab ich gerade genau die Sachen gefunden, die ich brauche Hm, genau Ehrlich Ich hab gerade ergriffen Ich hab gerade ergriffen Gerade ergriffen Kompensator Will noch jemand einen Fünfermonie haben? Ja, ein bisschen Äh, ja Bring Schmitt Oh, da ist eins Nice Ja, okay Dann mal Losikowski Ich hab ein Buggy So eine Rauchgranate wär noch ganz toll Oh Das ist schon Das ist schon echt Echt hart Ich hab wirklich nur hier vorne Die Container gelootet Nur den ersten Bereich sozusagen Ich hab So krass geilen Loot Eigentlich Können wir das immer alle direkt looten, glaube ich Gemeinsam Das ist okay Die und der Novos sind auch das geilste Da, wo du gerade hingest, Micha Nur da oben drauf Genau nur das habe ich im Endeffekt gelootet Ich hab Sogar zum Abgeben Scheiß dabei Ich hab Massiv viel Medi-Stuff Zum Teil Dreier-Ausrüstung Karabine Achtfach Noch ein Achtfach zum Abgeben Ich hab sogar zwei AR-Magazine gefunden Immer noch Marina Immer noch Diego Na klar Was ist das los? Ich hab ihn dabei Hat mich eingesteckt Immer noch Themo Zios Wohl oder übel, ja Richtig frech Dieser Raoul Mayerless Wär ich? Nee Das muss ein anderer Dude sein Naja Ja, noch ist nix da Äh, wollen wir mal tauschen? Die Muni lege ich raus Kompensator SR lege ich auch noch hin Oh, jetzt hab ich ihn außerdem mitgenommen Da Den roten Griff Braucht denn jemand? Nee Ich nicht Na, dann mach ich mal so Hat jemand einen Koffer über? Ich hab keinen Sagen wir mal so Hier, nimm mal das Oh, oh, oh Willst du noch hier ein bisschen Oder da ein bisschen? Oh, Baffer geht eigentlich Das ist ja ein richtig geiler Waffen-Roverduck Was hat er denn? Was denn? Ska-El und Und eine gute Uzi Was denn? Hast du da Hast du da einen Hasen auf dein Auf deinem Zweierhelm? Ja Ja Das geht ja gar nicht, sag mal Ich sag du Hase, Max Ostern Was? Ostern Ist doch schon vorbei Ja Kannst du aber so nicht machen Egal Ich nehm dir die restlichen 50 Kugeln dann auch nur mit Wenn ihr die 5er nicht wollt Na ja, ne Ich hab jetzt noch einen Koffer weggenommen Mach das, mach das Ich hab jetzt zwei Also, brennt euch Ich hab immer noch Acht Buffer Und drei Koffer Also Ich hab immer noch sauviel Zeug Auch genug, um Weiß ich nicht Noch zwei, drei Leuten Buffer abzugehen Zum Beispiel Ja, mach das Kommt bestimmt immer jemand vorbei Oh, nö Die fahren bestimmt zum Drop Der zweite Container hier vorne Der, der ist zu weit nach rechts außen Bei PUBG ist der anders Ja, hier, wo ich stehe Hier ist eigentlich voll die coole, der coole Punkt Ach so Weil die sehen dich nämlich auf die Entfernung Beim normalen PUBG Versuchen dich dann teilweise umzufahren Bleiben aber genau hier vorne dann hängen Und treffen dich Nicht, weil du hier der Schläge bist Kannst aber genau hier geil vorbeischießen Und hier Fehlen dir ein, zwei Zentimeter Wenn du mich jetzt nach rechts lehnen und zielen will Dann hält der die Waffe hoch Weil ich gegen den Container schaue Was scheiße ist das? Der Drop ist 1A links im Wasser, ne? Ja Wir haben hier unter uns Böthle, ne? Soll ich hinfahren? Nö Natürlich Tu es, Robert Tu es Lass uns dein Zeug da Mal noch Tobias Mal noch Xaros Und Drunken Duck Und Revilon Roy Mal noch Superlevelers Und Frau Anja Ist kein Bikini Er ist Warte, guckst du dir an, Jonas Da Leg los Superman There can only be one winner Let's go Oh ja Spread out Spread out Die Bär lebt ja noch Der Kotzer ist da drin Geil Ist doch gut Ist doch voll geil Du hast ein Schalli Kannst du draufpacken Ja super 60 60 Schuss Kriegst von mir noch 20 7 kann ich auch So 20 kann ich ja auch noch Abgeben Von meinem Karabiner Kaul Wieso hast du einen 1er Helm an? Keine Ahnung Das ist eine gute Frage Ich schätze aber Beim Dropwirt Was hast du denn da eigentlich Für eine Maske drauf? Das ist keine Maske Er ist abgeschminkt Hey, guck dir Guck dir mal das an Das ist viel besser Hast du einen Allgeleck? Was hast du denn da gerade? Das ist jetzt aufgenommen Ich glaube, das ist einfach weg Jetzt habe ich deins auf Endlich ein 2er Helm Ne doch Ja, sehr gut Sehr gut Ich finde die Brille halt auch So Schön subtil Steht mir Wieso? Bei ihm war es Wie eine Klocke am Kopf Ne? Das ist schon tolles Zeug Das können nicht viele tragen Schon Achso Und Repos Und Repair Wie sieht es aus? Ich habe die mir jetzt genommen Was hast du liegen lassen? Ohne Scheiße Spielst du? Ist geil Das hätte ich ja nicht gemacht An der letzten Die haben doch eh kaum 7er Ich leg dir 7er raus Das Repair am 3er Ihr seid so Keine Ahnung Jetzt habe ich 60 Schuss Wie gesagt So 10, 15 Kannst du nochmal haben Vor mir Das ist nicht so stinkt Danke Raul Für das Peck Ich meine auch Blokini Tja Wo bleiben die denn? Ich weiß auch nicht Meins Leben auch echt Nur ein paar Die müssen nochmal Langsam zu uns kommen Das wäre schon ziemlich Traurig Wenn die nichts langkommt Ich freue mich da schon Tierisch drauf Okay Ich lege jetzt 5er raus Jo Hier liegt genug 5er Das sage ich nicht 9 Ich habe 240 Aber ich kann dir echt Noch eine Handvoll 7er abgeben So ist es nicht Du müsstest genügend haben Da ist 160 Schuss Hier sind auch nochmal 30 Schuss von mir Ich habe die Mutant Hier seid ihr Ja dann gibt es Irgendwie was zurück Jetzt habe ich über 200 Schuss Das reicht Ja aber ich habe jetzt Nur noch 100 Ne passt wie erst Die erste Schusserei Müsstest gehen Mhmm Außerdem können wir dich Eh bald looten Ja stimmt Also wenn du das Boot schnappst Jonas Ich weiß wo noch ein 2erhem liegt Ne Näh Lass mal Hättest was gesagt Dann hätte ich ein 2erhem Gleich hier gelassen Fürs nächste Mal Das wäre echt schlau gewesen Ja Eigentlich wenn die vorbeikommen Muss ich mich hier vorne hinstellen Und einfach nur tanzen Ja Ich glaube das mache ich sogar wirklich Samba Rio Rio de Janeiro Ich glaube das mache ich echt Ich muss es vom Timing halt nur gut hinkriegen Weil wenn ich es zu früh mache Und der hinten stehen bleiben Ist halt auch scheiße Ich will dass wenn die an uns vorbeifahren Und explodieren Mich tanzen sehen Musst du dich aber auch Auf die Straße stellen Nein ich mache das hier oben Ach komm Wie in Berlin immer Kontakt Bei 275 Unten am Wasser Ich sehe es Oh ja das stimmt Wollen wir noch warten Der scheint jetzt noch nicht voll gerofft zu haben Oder Na ich glaube der will das zum Boot Der geht hoch Der rennt da hoch Na jetzt komm Ok go go Gadget Boss Hat überhaupt schon einmal getroffen Ja Irgendeiner holen Hat er gut geklappt Voll geil Kann mit der SLR auch nicht schießen Aber irgendjemand von uns hat getroffen Ja das war ich Ich dachte das war ich Nee Nee ich habe auf keinen Fall getroffen Er ist weg Aber er war nur genockt Ja aber da läuft echt nichts anderes Oder ist es doch schon Weil der Rest schon bei uns hinter uns ist Würde mich nicht wundern Ja das werde ich das erste Mal Beschreie es nicht Micha Beschreie es nicht Du weißt doch Ich bin wie hier bei Seven Days to Die Der Lebenblock Der Lebenblock Hab ich gerade Lebenblock genannt? Keine Ahnung Ich weiß nicht wie du bei Seven Days to Die meinst Die schreit Die schreit Die schreit Achso Achso ist das Ja Ist geiles Spiel Ich sag's euch Ihr verpasst da was Dass ihr das nicht spielt Ist wirklich sehr sehr gut Ja Ja ich wollte es mir letztens holen Ich hab's ja Da dachte ich mir so Da dachte ich mir so Ihr seid jetzt schon so weit Kommt was Kommt was Geil 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 Ich hab den falschen Tanz gemacht Links von uns Links von uns Jetzt kommt seine Mates Seine Mates Komm jetzt 2,65 Das stimmt Das sind echt vier Oh Watt geht Ich nehm die Fahrzeuge Wir sollten vielleicht Naja wahrscheinlich Müsst du echt rum Kommt einer mit Wir sind eigentlich alle weg Ja Euer steht noch da In der Brücke Äh in dem Wunwagen Ich nehm das 2er Moppet Glaub ich Die sind Die sind hier vorne Die beschießen uns Achtung Ich fahr den Berg hier an Jo Ist ok Ach du bist das Das ist der Robert Nee Ich steck dir bei Arzt mich Bei dem Hütchen Ja Nicht alle Nur einen sehe ich Beim Hütchen Einer ist schon weiter Ein Stück weit Links hochgelaufen Der Hütchen Typ hat ein Hit Bleibt wieder zurück Zum Hütchen Wie so auch immer Oh das Moped Hütchen Und weiter fährt Das läuft ja wieder Hat ein Hit Das müssten ja alle eigentlich vor uns sein so langsam Einen habe ich schon auf Westen gesehen Ich sehe auch einen West West Genau West Ja 100 Meter 200 Meter Da laufen eher weg als An oder Ja die sitzen da Die liegen da Liegen Oh ja Hab ihn Handbaum Letzte Oder Instant Ja Was war mit dem vom Hütchen Hütchen Ne 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 da ist noch einer im Rauch oder nicht Ich glaube da ist noch einer ja Der vom Rauch ist hochgerannt Äh der vom Hütchen Und ich meine eben habe ich schon einen im Rauch gesehen Ja Ja Definitiv Ich darf Granaten vor der Dack Achtung Ja Sind sogar noch ziemlich gut drin Also So gut wenn mich fragst Das dürfte alles ganz gut passen Am Baum sagt er ja Keine Ahnung Da war ein der auch Ich habe ihn nicht mehr gesehen Zwei Leute Hallo Ja er ist auch da Zwei Leute Links ist gut gehittet Instant Ja Sehr schön Sehr schön Ja Ich nehme die M24 Ich lege den Schalli raus Ich meine auch Nico Ich gehe wieder zurück zur Brücke Also nicht ganz rauf aber so an den Rand Liegt ein anderer vorgesprochener Siebener Siebener Ja Aber der hat zehn Nice So jetzt kommt noch mal jemand über diese Brücke rüber Kann doch nicht sein Das ist jetzt jedenfalls noch nicht Hast du eigentlich den Kill bekommen von dem ersten Dude aus dem Scheißhütchen Den habe ich instant gekillt Achso Der war nicht instant Ich habe ihn durchgekillt Achso Klar Braucht du ein Medicstab oder irgendjemand Nö Eigentlich würde ich nur eine neue Weste Nö Dann renne wir mal zum Hütchen runter Aber den Typen habe ich auf jeden Fall in den Kopf geschossen Aber ich weiß nicht ob vorher du ihn dann getroffen hast in die Weste Oh wahrscheinlich Der muss doch noch was gehen an der Brücke Mal noch Lennox Ja ne Ein paar werden auch hier von einem Auto umgefahren Gut Na Also ansonsten Ich schau mal unter die Brücke Was kommt Also wenn dann müsste es jetzt irgendwann auch recht demnächst kommen Das müssen wir selber werden Der Beste ist auch im Arsch Oh schade Diese Zone ist Militäry Base Gual Komm schon Leute ich weiß es Es geht Ich will nur Das wir uns jetzt ein bisschen beeilt Tja Das ist ja echt schmuh ne Das ist gar nichts Da wird doch nichts mehr kommen Bei der Zone Naja noch Kannst du es außerhalb recht gut aushalten Stimmt Ich geh mal rein ja Ich geh bitte noch nicht auf Moin noch Bear Moin noch Zardos Und Lennox Ich nehme mir so ein Buggy Aber wir können uns auch hier drüben positionieren Oder tatsächlich noch relativ weit oben auch am Berg oder so Ich schau hier drüben noch mal rein Das ist doch ein schlechter Scherz Oh Vielleicht hat der was Zone kommt auch jetzt Der hat auch nicht mehr viel Zweimal gehittet Ja Aber weiß ich Kann doch nicht sein Das war voll gut gerade das Gefühl Das glaub ich dir Das glaub ich dir gern Ich hab noch nicht einen einzigen getötet Das geht alles an mir vorbei Die ganze Runde schon Du hast vorher einen getötet Wie Wann hab ich vorher einen getötet? In der anderen Zwei sogar Ah ok Drop hier voraus Zwei 30 300 Meter Trotzdem ist das ein schlechter Scherz Ja Also der hat uns echt verarscht Der Typ Wenn das nicht mal Kai war Wie hieß er? Wie hieß er? Bewegung Auf der Straße 220 Schon auf eurer Seite Gelände auch 300 300 Ach du Scheiße Das Gelände Drei Leute auf dem Hügel Hügelspitze Drei Leute Ich schlaufe eher rein Ja die müssen auch noch über die Straße Der war einer Ist ja schon auf unserer Seite Sagt der Robert Ja ja Der müsste auch schon vor euch sein Irgendwo Hügelkante quasi Ja Ist natürlich nicht so geil Ja ich seh schon einen 310 Hier ist auch ne Feuerwestern Ziemlich nah an der Straße Hier bei mir Nice Eingenockt Nordwesten Also einer muss definitiv schon an der Straße sein Fahrzeug hör ich Unter mir Wurde auch beschossen Relativ close von mir aus Aber unterhalb Na gut dann ab in die Zone Ich hör bei mir was Ich hab bei mir Steps Ich kann es gleich einsehen Max Ja schon bei dir am Gebäude sehen Läuft rechts von dir aus gesehen Hat ein Hit Hat ein Hit Sehr schön Seh nicht mehr Jetzt kommt der rechts bei dir rum Max Du musst halt die Blau sein Ja hier bei mir schon Closed Ja ich seh so An der Ridge 200 Du ich wurde von hinten jetzt geballert von Max aus Ja das ist der Dude Ja ich wurde jetzt von hinter den genockt Ich hab aber den an bei dir genockt Am Gebäude Ja Der pusht jetzt bei uns Ist das nur einer oder? Ist nur einer Okay Ich müsste jetzt vor dir sein Ja da schießt schon auf mich Ist fast tot Ich geh jetzt zu mich heran Ich hab keine Rauch Ich leg dir Rauch raus Der muss fast weg sein Jonas Seh nicht Der wird sich heilen Ich glaub der ist ein weiter Nein da ist er Ja 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 Dankeschön Ich führ's los mit ner Nate Ich versuch rechts rum zu kommen Ich seh ihn nicht vor mir Der ist da wo die Smoke hochkommt Direkt einer vor mir Direkt an mir dran Er hat ein Headshot Ist immer noch bei Max Leiche Instant Der hat nicht mehr zu dem gehört Zu dem anderen Wie krass Wo ist der anderen jetzt noch? Richtung Smoke Achso Ich guck mir mal echt die Wiederholung Ich hab mal sehen ob man den sieht Ich hab noch zwei ne? Ja Äh einer ist 3,20 Instant Nein War's das jetzt? Einer Der vor dir noch Micha Keine Boah Das gibt's doch nicht Hatte einige Hits Mindestens eins Eins Mindestens zwei meine ich Das ist der letzte Und der muss zu dir Ich glaub nicht dass der noch ne Weste hat Ja Wenn er in die Minute wartet Muss der aus seiner Deckung raus Dann war's das Ja bei Raul kann er nicht warten Kennst du ihn doch Der ist ungeduldig Oh die ist gut Der weiß auf jeden Fall dass ich da bin Nur er hat nix mehr zum werfen Riesetote So 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 geht's nicht Der ist so Drin Kann er doch auch nicht Da ist er Unten Hm Der muss da trotzdem raus Wuhu Sorgstoch Brrrr Das ist sehr schön Sehr schön Ich lausche dir nur Ein bisschen Wie Candy Alles Sehr gut Sehr gut Immer der Mann Nordblut Immer der Mann Der hat ein Bademantel an Den will ich So ein Bademantel ist natürlich auch ne feine Sache Kannst du mir haben Wenn ich die nächste Runde kriege Kriegst du Hier gibt's auch ein Yeti ne Yeti? Ja guck mal hier Hier Stimmt Was ist denn das Mit blauen Füßen Das ist mal kalt Kommt man denn darauf Danke für den Glückwürt Schatz Ja Dino Park Dino World Dino World Ja genau Oder auch das Ist mir egal Hauptsache da gibt's Dinos Ne Dino Land Also Dino Park Klingt bedeutend cooler Ist es egal Was wir daraus gemacht haben Für mich bleibt's immer Dino Park Na gut Na Na Wer Holt sich da schon Ein anderes Gelände Lada Luft Gelände Ne ne Lulu Lulus Gelände Lulu Land Noch sehe ich niemanden mit uns mitspringen Ne Ich auch nicht Doch Zwei Leute Dino Park Ja Nice So Keine Waffen Noch eine Piste Hier ist ne M4 Ich hab jetzt weckt schon Sind ziemlich mittig runter ne Ja Schießt du nach Wunsch Ja Autoscooter Harten Hit Haben wir auch reingenockt Das war's Okay Na gut Na gut Dann Rauch Stich mehr her Komm Robert Dax Alles gut Alles Ja Wollte ich gerade sagen So Ich brauche hier nicht mehr Komm mal her Hier ist dein Bademantel Ach ne Kellner Ist das Kellner Ja Kellner Outfit Oh Hier ist doch der Rucksack Den ich gesucht hab Ja los an der M4 Ist mein Glückstag Ist okay Mach Mach Ich werfe MP Magaziner raus Also ich brauche keins Aha Ein Karabiner Will jemand noch ein Sechsfach Visier Naja Ich hab schon Danke Ich hab schon Ich würde das nehmen Ja Ja Brüchte mit Habt ihr geschossen? Nein Nein Dann schießt hier jemand Aber nicht auf mich Und Oh my god Hier liegt ne M24 Und ne SLR Ich hab ne SLR Welches Gelände weiter denn Drüber Markier mal wieder Äh 320 Ah ja Da Okay Oh Also ich mach mich mal auch zu Rubber Duck Vielleicht so leicht links oben Vielleicht komm man da ja so ein bisschen näher an den Dude ran Das da hinten sagst du Okay Ich lauf mal Oh vor mir läuft einer Läuft zu Rubber Ducks Gelände Geil Der sieht mich nicht Ja Nockt Okay Ich komme Zeigt euch Ich will die anderen Mitspieler auch noch haben Hast du jemals mehr als einen gesehen Den du genockt hast Nö Aber das war nicht der aus dem Der kam nicht aus dem Gelände Was Rubber Duck meinte Das heißt Da müsste wahrscheinlich noch einer sein Also der kam aus dem Gelände Von Rubber Duck Aber nicht aus dem Was er markiert hat Sondern aus Orange Da lücken mir Sachen raus Nice Oh ein Rotpunkt Nehm ich Braucht die noch Kräfte? Ne Dann komme ich jetzt auch Einen geraden Griff hätte ich auch noch Hm der hat eine Dreier wäre es so noch ein Sechsfach Visier Ich habe schon eine Dreier Ich kann ein Achtfach abgeben Ne ich brauche die noch Ne ich will ein kleines Ein Vierfach Vierfach kann ich sie geben Ja Habe ich dabei auch Ich habe sie raus Okay Er ist tot Hatte noch eine Rauchgranate Also ich habe immer noch ein Sechsfach vor euch dabei Ne Will das niemand Ich will es nicht Ich habe Na gut Dann schmeiß es raus Kann es auch das Gelände hier gewesen sein Rubber Duck Den du gesehen hast Hier das hier Das Ne Aber hier kam der her Den ich abgeballert habe Okay Ne die Schlüsse waren bei Auto Ich bin Okay Dann gucke ich hier oben links nochmal ein bisschen nach Also ich brauche auf jeden Fall auch noch so ein bisschen Stuff Ich brauche noch Kompensator AR Ich brauche noch alles Meine Ne Kompensator AR habe ich aber für meine Die im Arbeiten noch ein bisschen was Was hast du denn in der SLR oder was SKS Oh Ich habe jetzt die letzten Male auch eher mit der SKS gespielt Und Ich glaube SKS ist es dann doch Ich finde die ein bisschen Ja Präziser als die SLR Ich auch Ich mag es Ich finde die auch besser SLR Beste Ich habe doch keine Ahnung Hast du die letzte Male? Ich habe eine Hier ist noch ein SR Magazin Kannst du mir erstmal mitbringen? Leider nicht Ich bin echt ziemlich voll Ich weiß nicht wieso Wart ihr das? Ja ich Du hast doch ein Auto hier Rubber Duck Und dann fährst du zu Max und holst du das Magazin Das ist bei mir das Auto Das wäre so viel Arbeit Möcher Wieso bin ich denn auch so krass voll? Ja ich meine Oh schön Willst du mit Jonas? Dann können wir direkt fahren Warum? Da kommt doch jetzt ein Auto runter Okay Achso Das ist gepanzerte Ja gut Mach Hallo Sieht doch gut aus Vierer Visier Hier ist Ach komm Nur die Wo war das? Meine Markierung Ne warte mal Ist ja nicht Aber ich zeig es dir gleich Trau ihm nicht Du weißt Was letztes Mal passiert ist Hier ist ein gerader Griff Noch auch noch drin Stehe ich genau dran Weg Für etwas Ich höre es Ja Die fahren aus dem Tino Park raus Zu Raul oder? Äh ja Sind ausgestiegen Zwei Drei Wir haben ein Auto hier Sprint schon los Wir sind direkt vor mir am Baum Ich versuch's Halt sie unter Feuer Ja Wenn sie sich nicht bewegen Müsste ich sie gleich von rechts Gut flankieren können Eine ist genockt Ich hab auch einen Mehr hab ich nicht gesehen bisher Das war nur drei Naja dann Was? Anscheinend ja Alles klar Ich wollte es gar nicht machen Was ich irgendwie gemacht habe Dann war es zu spät Kompensator AR Dreierhelm ist hier auch noch drin Hier sind auch Magazine rüber Zum Beispiel Ich brauche eigentlich gar nichts Ich brauche keine Nur einen Kompensator AR Bräuchte ich noch Hallo 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 Kompensator AR Habe ich da auch mit rausgeschmissen Auch bei der anderen Crate Ja der liegt bei mir Micha Kannst du nehmen So eine Zweierweste wäre noch ganz geil Hat einer von denen noch eine halbwegs intakte Zweierweste? Nee oder? Ich glaube nein Naja werde ich wahrscheinlich oben irgendwo auch noch finden Wahrscheinlich bei Robberduck noch irgendwo sogar im Haus Gepanzerter Wagen Das ist ja geil Ist das Niemand eine Rauchgranate? Ich habe sieben Stück Nee Ich habe fünf Und wer? Naja ich habe auch welche Na gut Na gut Dann halt nicht Dann lege ich trotzdem mal so eine wenigstens noch raus Und nehmen wir nochmal eine Handvoll Fünfer mit Naja gut Die Zone trifft uns gleich Rübe Ich habe noch nie was Knapperes in meinem Leben gesehen Moin auch Faberizio und moin auch Ben Willkommen Ben Der eine hatte sogar nochmal der Flairgang dabei Müssen uns eigentlich Sobald das nächste gepanzerte Fahrzeug freigeschaltet ist Noch ein gepanzertes Fahrzeug wollen Ja deswegen kam die ja Wegen dem Job Rechts Ich fahre auch noch rechts gleich Ist ein Auto dran? Da sind doch welche Ja da sind doch welche drin Rechts Außenmauer Bei gut getroffen Eingenockt Auch eingenockt Hier im Haus Welches Haus? Grün unten Ab ihm Das war's So Er hat noch was? Baum weit vor uns Weit vor uns 225 Alte wieviel denn aus? Hab einen Vom Berg schießt noch was Nordosten Siehst du was? Ne Das sieht man nicht Dann näher ran oder? Geht ja eh nicht auf uns Ich geh weiter ran Komm schieß weiter Schieß weiter Schieß weiter Ich fass mal diese Bergkante Ich seh noch nichts Komm hier ist ein Auto am Stein Ja da ist auch drin Fährt los Ich glaub das ist mein Partner gewesen Auf den Hügel Hügel Nordosten Das war ein Ghillie glaube ich Rechts und uns wird wieder geschossen Hinter uns noch Süden Süden hat's geschossen Geht auch auf uns Ja Geh wieder zurück zum Brennen Erstmal Von der Welle H2 Hits Wir müssen eigentlich hier wegmaxen Wir sind hier im Glenschen Der von oben hat bis jetzt irgendwie nicht nochmal geschossen Wenn wir einige machen Savezeit kann ich auch mit dem Auto kommen Ich bin eigentlich safe aber du musst mich auch nicht mit dem Auto abholen Ich hab mir hier ein bisschen zum Teil das alles auch weggeraucht und so das passt schon Ich wär eigentlich Schossen Micha Schieß du Micha Ne ne Ich würd grad meine Pfanne muss schossen Ja die kommen schon Ich glaub Richtung Norden wurde ich grad beschossen Ich weiß es nicht Ja Oh ja Nordwesten Nordwesten auch Ja die kommen jetzt aus dem Wald näher Norden kommen welche Wir haben böse Treffer Noch einer am Stein Ich werd von oben geschossen Ich werd von oben geschossen Bei mir close zwei Mann Einer noch Der eine ist noch 50 Meter 240 Sehr schön Instant Aber trotzdem noch über uns oder? Ja am Stein Bei der Smoke Über euch? Könnt ihr mich mal markieren? Konkret Norden im Wald Die im Wald sind die Tor Einer auf jeden Fall Ne ist ein anderes Team Wald ist noch da Ja ist noch da Hinter dem Stein rechts neben der Smoke Gehst du denn noch am Stein? Jetzt ist was das glaube ich Im Wald ist noch einer mindestens am Stein Ich hab noch ostwärts was von mir Dann reden wir von einem anderem Ja 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 ich weiß Ich mein aber das erste Team Okay Wir müssen rein Können mit dem Auto reinfahren Erstmal Wir müssen mit raus Jo Wir haben uns verfahren Wir haben uns Fahr mit dem hier Oh sorry Ich dachte du fährst mit Da fährt aber noch was rechts von uns irgendwie Ja der ist im Wald losgefahren Das war der letzte von dem Team von eben Können wir zu dir an den Stein? Ja ich bin hier einfach safe Richtung Osten habe ich noch was gehört Dann fahr ich einfach nur hier hoch An die Kante Und halt der oben auf dem Stein Wenn er den nicht erwischt hat Der müsste immer noch da sein Die werden noch da oben sein Ja Gehe ich davon aus Können wir uns hier ein bisschen rechts rum halten Dann kriegen wir vielleicht die von unten noch weg Ich dachte die werden weggefahren Nee Der aus dem Wald ist weggefahren Das erste Team wir gegen das Wir doch gekämpft haben Vor mir vor mir vor mir Osten an den Zelten Zwei Leute An den Zelten ja Unsere Zelte? Nee 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 Doch Nein genau Nee hier schau doch woanders hin Instant Einer hat ein MK von denen Vom Berg aus werde ich beschossen Nordosten bei mir Zwei Leute oben drauf Ja bin ich dabei Na die haben auch Stress Das ist gut Na dann mal Hoppchen Was ein Stress Ja Ich glaube wir kommen hier sogar noch links um den Berg rum Ja kommst du Ist echt noch rüber Ist ja hart Ist immer fast so schlimm wie auf Sanok Wenn du rüber musst Ich finde es geht ein bisschen mehr Weil im Norden hast du ja den zugefrorenen See Da kannst du halt auch so rüber springen Also so rüber fahren Oh ne Brücke Ja ist halt auch wesentlich größer Schau Ich würde hier fast bleiben Ja ist ok Ungeloadet Was ist das? Wofür neun? Die Fünfer könnte ich echt gebrauchen Bin sehr niedrig mit Fünfer Ja 100 Schuss Nice Tja ansonsten ziemlich ruhig ne Ich meine auch neun außer uns Wollen wir uns welche suchen? Können wir eigentlich Richtung Brücke oder so? Auto kommt 235 andere Flussseite Fährt Richtung Brücke Sind ausgestiegen Bleiben auf der anderen Seite Ich hab's noch nicht gesehen Wo sind die jetzt? Im Haus Auf Südwesten Hab's markiert Auch auf der großen Map Die sind sogar noch knapp drin Könnten da fast drüber fahren Die trotzdem befeiten Wir haben doch einen gepanzerten Wagen Wollen wir das machen Buffert euch voll Greifen wir die an Ich so nicht Die steigen aus Jetzt machen sie irgendwas Die looten da glaube ich noch Großen und Ganzen weiter Links von uns wird geschossen Ja ich geh jetzt nur an links Aber auf irgendeinen muss ich einfach schießen Sonst geht das nicht Ich geh jetzt Richtung Südosten Ich seh sie Südosten laufen Zum Gelände ran Vom Fluss aus kommt Alle ist oben auf dem Gebäude Springt runter Einer kommt zu mir rüber Ja sind zwei Gernot Einer am Stein vor dir noch Max Micha Ich geh in der Straße Na ich seh ihn gleich Moment Na komm Das gibt's doch nicht Ich hätte nicht nachladen sollen Er ist fast tot Zone drückt ihn aber auch gleich weg Links Habt ihr den letzten Ja Na ja Zeigen wir jetzt zurück zur Brücke Ist noch ein treuer Helm drin Micha Fünf noch außer uns Also es muss noch mehr als ein Team geben Wie viele waren das drüben? Wie viele Leute? Also mindestens zwei Genauso kann ich nicht sagen Ich seh sie da auch immer noch Jetzt hier bei dem Gelände orange Sehe ich auch welche Ja müssen rüber ne Also die müssen zu uns Wird hier keine Missverständnisse entstehen Drop bei mir Mach mal Rubberdack Was schnappst du? Na Augs So nice Ja 60 Schuss 200 ne Die laufen runter zum See Zum Flo Einer hat einen Treffer Sehr schön War das der am Baum unten? Ja Geil Brücke, Auto War der Instant Robberdack? Ne Genockt Ja der ist genockt Ah da geht auch einer ran Da geht auch noch einer ran Da geht auch noch einer ran zu dem genockten Hier ist irgendwo ein Auto Oder hier so ein Schneemobil langgefahren Langgefahren schon? Ja ich hab's nur gehört Stein 200 ne? Der wird grad hochgeholt Ich komm da nicht dran Ich komm da nicht dran Ja aber in 15 Minuten werden sie Äh 15 Sekunden müssen sie eigentlich schon fast laufen Ja ist da gelaufen einer hinterm Baum lang Hat nen Hit Hinterm Stein Der Stein an der Brücke oder wo? An dem Fluss Fluss Schnellmarkierung Ist markiert Zwei Leute Nordosten Da kommt noch ein dritter ran Also da sind mindestens drei Läuft Läuft Richtung Fluss Sind die mal mit mir? Ja ich bin hinter dem Die Kopfstands Zwei Leute die sind noch hinter den Satellitenanlagen Die müssen jetzt Ja ich seh sie Müsste vor dir sein Max Und der andere Tode ist Wahnsinn Dass der noch lebt Zwei Stück sind noch auf anderen Seite Drei insgesamt bei mir Ja Die sind da auch nicht drin oder? Einen genockt Und einer ist noch Außerhalb der Zone Ich bin down Der eine pusht jetzt dich Max Ab zu beide Kannst du die Dann komm Komm Sehe ich sie? Ne Ich seh gar nichts Ich glaub die sind beide gelaufen oder? Dann können nur rechts rum Im Gelände sagt sie Ja ich geb dir ne Sani Tasche Super Ich lauf wieder zurück Danke Ja das sind die letzten zwei ne? Ja deswegen Der war halt im Gelände sagt er oder wie oder was? Ja ja Die können nur im großen Haus sein Richtung Nordosten irgendwo Wenn sie nicht durchgelaufen sind Zum Berg auf Südosten Ja den geh ich jetzt gerade hin Zu dem Hügel Ja ich seh sie noch Die sind hinter dem großen Gebäude jetzt gewesen Nordosten Wo ich drauf zurenne Einer jedenfalls Ja ich bin auf der anderen Seite Kann man von oben rein raus gucken oder? Oben drauf Nein die sind auf jeden Fall zwei Stockwerke über dir Micha Ja über dir Ja da kann ich nichts machen Ich hab einen Linke Seite ist oben Oh der ist fast weg der ist oben Kuss Oben rechts machst du noch ein kommst Erste Stock Ja Dadä Dadä Uuuuu Sehr schön Das war mal ne Runde Mhm Wild Hm? Zweite Runde hintereinander gewonnen Easy Easy The Hat-Trick wartet. The Hat-Trick. Bleiben wir mal wie Candy. Bringt uns Glück, so wie es aussieht. Kurz auf dem Klo. Mach mal, mach mal. Ich glaube, dass davor war gar nicht wie Candy, wenn ich mich recht erinnere. Das war doch eigentlich Rangel. Egal. Egal. Willkommen alle, die sind zugekommen. So, jetzt geht's los. Danke für die Glückwünsche ans Team. Vielen Dank. Vielen Dank. Wunsch. Und Wunsch. Danke, danke, danke für die ganzen Glückwünsche. Moin noch Hanmulti. Moin noch Eis. Moin noch 20 Johann. Moin noch Hannes. Und Nick Entertainment. Willkommen, willkommen. Moin noch Maxim. Uwe. Moin. Moin noch Jilms. Hm. Was denn? Oh. Die Rute. Wahr. Eindeutig. Perfekt für den Dinopark. Eindeutig. Ja da. Ja, Moin. Ich mag Sanok einfach nicht wirklich. Ich mag die Dynamik halten wirklich nicht mit den unterschiedlichen Inseln. Dieses von der Zone die ganze Zeit getrieben zu sein, weil die auch dann immer so schnell ist. Und dann musst du über den nächsten Fluss und wieder über den Fluss und bla. Ja, und obwohl du dann am Anfang vielleicht noch gefühlt relativ nah an der Zone dran warst oder teilweise schon in der Zone drin warst, kann es dann manchmal echt sein, dass du am Ende nur der bekackten Zone hinterher rennst. Dann mag ich überhaupt nicht. Ich bin ein Vogel. Wir sind alleine. Da ist was dabei. Wo? Ach nee, da. Drei Leute. Drei Leute sehe ich auch. Vier? Vier. Fünf. Fünf? Fünf? Wirklich? Ja, ich glaube schon. Krass. Ich gehe zu Ben. Ich gehe zum Ladenländer. Ciao, ciao. Echt? Nein. Bei dir ist direkt einer, Max. Direkt vor dir. Ja, kriege ich leider nicht. Wo ist denn der Dut? Der ist weggefallen. Der ist weggefallen. Ach so. Nein. Aber wir haben doch noch welche hier, ne? Hier sind noch welche, ja. Weitere vier, würde ich sagen, ne? Ja, so ungefähr. Legen wir schon los. Auf euch? Nö. Nö, die gehören nicht zusammen. Okay. Ich gehe mal rechts rum ein bisschen und versuche mich mal, den zu nähern. Hm. Vater kommt wieder. Na, der wird zu dem, der wird zu dem Boss gehören, zu dem einen oder anderen Team. Ja, ich sehe zwei. Wo ungefähr? Ich glaube an dem Brachiosaurus vor mir. Richtung deiner. Brachiosaurus, der Langhals, ne? Ja. Ich schleiche mich ein bisschen an. Bin schon fast dran. Einer ist noch. Wo ist der? Best? Einer muss noch am deiner vor mir sein. Ich sehe keinen im deiner. Ich bin am deiner dran. Ich auch, da ist keiner drin. Ausmauern, ausmauern. Noch. Ist schon ein Vulkan dann? Ist schon vorbei, Micha. Ist aber nur genockt. Ja, dann kann es doch nicht vorbei sein. Ja, es könnte sein, dass der halt noch mit dem Auto halt dazugehört oder sowas, ne? Hier ist eine Leiche drin im deiner. Schau, du kommst. Komm, weißt du. 2,50. Links oder rechts rum? Links rum. Jetzt müsste er irgendwo. Ich höre nur. Richtig. Wo ist er? Wo uns? Ist auch fast weg. Ich habe den schon mit der Dings sehr oft getroffen, sehr oft. Wo ist der denn? Ausgestiegen. Er nimmt weg. Der hat auch, glaube ich, nichts. Nur einmal drauf schießen, muss er weg sein. Ja, aber ich sehe ihn nicht. Ist er außerhalb der Mauer? Okay. Der erste Baum da war, habe ich ihn zuletzt gesehen. Vor mir am Stein, glaube ich, ist er. Richtung Park, warst du da aus? Hat sich gehalten. Ich habe nur einen Karabiner. Ja. Ah, toll. Nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Ich habe gehört, wie gierig du bist. Ja. Sehr schön. Ich dachte, ich flakier, weil es dann vorher schon wieder und da schon wieder und dann ist wieder nix und dann wieder nix. Boah, ich brauche einen Rucksack. Ja, ich habe auch noch keinen gefunden, ey. So ekelhaft. Ich brauche Fünfe. Ja. Bissle Fünfe habe ich sogar gefunden unterwegs. Das war ja Rucksack. Komm, nimm das mit. Über eine Barrel. Joa, ne? Ich glaube, den nehme ich. Äh, rechte Seite. Genau. Hallo. Weil ich zu viel Medics habe, ne? Ja, ich konnte es nicht mitnehmen. Äh, da rechts. Granatenkalle. Hier, rechts. Was hast du jetzt gesagt, Kalle? Granatenkalle? Heißt er doch. Ja, ist er. Hä? Hier rechts in dem Häuschen. Hier, komm, komm. Hier rechts müsste der Rucksack noch drin sein. Will jemand eine M24 spielen, die läge hier? Ja, hier ist kein. Doch, doch. Joa. Hier rechts. Hätte sogar einen Charlie erst eher dafür. Joa. Ah, den findest du unterwegs wahrscheinlich auch noch. Aber was war jetzt an Granatenkalle so witzig? Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe was anderes verstanden. Was hast du nicht verstanden? Hm, das war eigentlich nicht. Schreib es mir mal. Ich bin interessiert. Ist auch ein Karabiner, wenn du lieber Karabiner spielen willst. Boah, Wangenpolster hätte ich auch noch. Die Zone ist kranker gut, ey. Hm, das sehe ich schon. So ein bisschen was habe ich. Ich habe auch ein bisschen was zum Abgeben gefunden. Was ist mit seinem Fahrzeug? Geht das noch? Ne, das brennt schon. Shit. Ja. Es gibt ein Fahrzeug weiter unten an der Straße. Ich hole es mal. Moin, Lucifer. Was ist bei mir, was so eine Fallout Wastelands geben wird? Ich glaube nicht. Ich fand es ganz, ganz cool, dass sie jetzt da auch wieder NPCs und sonst was mit eingebaut haben, aber irgendwie ist das für mich durch. Da haben sie einfach irgendwie zu viel am Anfang verspielt. Kommt zusammen. Na, lasst es uns los, Farin. Hat noch jemand ein Magazin? Ah, ja? Na, ja. Häng ich mit? Ja, dann laufen wir zum Parkplatz, ne? Mach mal. Mach mal. Mach mal. Achso. Ich dachte, du müsstest dich wieder stillen. Ja, ne. Hüpp. Da haben wir Nummer 1. Kalee. Kranalkale. Komm raus. Ja. Du fieser Möpp. Oh Gott. Schicker. Helm. Danke. Alter. Was denn? Die lecken bei mir durch die Gegend. Bei mir auch. Echt? Bei mir nicht? Bei mir auch nicht. Ihr holt euch mal eine neue Grafikkarte. Ja, ja. Wird sein. schicke 2080Ti. Super. Super. Dynamite. Oder halt zwei oder so davon, ne? Ich hab ja gehört, dass da drei auf einmal eher sinnvoll ist noch als zwei auf einmal. Ja. Vorher musst du das Motherboard rausschieben. Braucht kein Mensch. Der frisst doch schon wieder, oder? Ja. Aber dann. Der Kalle. Ja. Was gibt's wieder? Wie Bierschinken. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger hier heißen. Heuschrecken? Schupfnudeln. Sind die angebraten? Bitte? Sind die nochmal angebraten? Ja. Was hast du gesagt? Da sind die farblos. Wie dein sprülltes Gesicht. Ne, ne. Die sind angebraten. Das ist geil. Das ist richtig geil. So, da wären wir. Pizza? Ne, normalerweise. Steaks, aber. Die esse ich jetzt nicht mit der Hand. Nicht? Du isst Nudeln mit der Hand? Du isst Nudeln mit Steaks? Ja, diese Tupfnudeln, die sind kalt. Okay. Okay. Ich leg beim Auto ein bisschen was raus, ne? Ich auch. Fahrerseite. Sechsfachvisier, Wangenpolster, 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 Kompensator ist er. Ich könnte noch ein Schalli SR draus machen, wenn jemand eine große snippert. Ah, ich sehe schon. Machen wir nochmal gleich draus. Will jemand eher ein Achtfach anstatt ein Sechsfach? Nope. Nö. Ich habe noch ein Vierfach. Ich auch. Oh, das würde ich nehmen. Liegt. Also, nicht über. So. Wir lassen es mal an die Brecke vor. Kann man machen. Fließt ja noch in den Brot. Ich brauche noch irgendwie eine SLR oder irgendwie so ein Spaß. Eigentlich nicht unbedingt mit der Mini weiterspielen. Die Schüsse waren nur auf der anderen Seite, oder? Ja, genau. Ja. Okay. So eine SKS. So eine SLR. Irgendwie sowas. Hier liegt eine M24, Max. Weißt du, wie das ist? Und ein Dreier-Rucksack. Auf der Brücke. Auf der Brücke. Auf der Brücke. 330. Läuft jetzt wieder. Ja, und wir bleiben. Hä? Himmel. Die Heu. Habt ihr geschossen? Ja. Zwei Stück. Zwei auf der Brücke, ja. Ich renne bis zur Rücke durch. Boi. Drei. Drei. Ich muss mich heilen. Zwei genockt. Oh, Max. Er hat einen Hatter. Und du auch, glaube ich. Ja, danke. Ist okay, ist okay. Ich komme gleich dazu. Ich habe auch noch zwei Mollys oder so. Das müsste auch noch gehen. Ein genockt. Der ist in der Smoke. Der ist direkt vor uns, Max. Wurde schon drauf zugreifen. Das war's. Ja, nice. War erst. Du musst den Helm tauschen, glaube ich. Dreierweste noch komplett dringend ist. Ja, ja. Mein zwei Helm ist fast komplett durch. Dreierweste habe ich schon. So. Ich lege ein vierfach raus, Max. Habe ich schon. Ach, Mist. Habe ich die auch wieder gewechselt. Mist. Wollen die die Brücke zumachen oder so? Sieh ja fast so aus, als wenn die echt die Brücke blockieren wollten. Das Auto steht da vorne. Kompensator erst hier noch. Dreierhelm. Auto. Ach, das ist noch. Kommt auf uns zu, Max. Nee, ich fliege, oder? Nee, nee, Auto. Wuhu. Ah, toll. Hier fehlt gerade so ein Sekündchen, Max, glaube ich. Das war alles in allem. Das tut echt weh. Ich habe keinen einzigen Kill die Runde bis jetzt gemacht. Das ist alles in mir vorbeigegangen. Man hört sich so krass an. Ja, das ist ja auch ärgerlich. Mir tut auch fast leid. Weil ich eh... Ich sehe plötzlich nur noch einen Kopf vor mir. Ja. Ich brauche einen Zweierhelm. Ich guck mal in den Häusern hier. Früher oder später wird es ja schon wieder liegen. Noch ein Fahrzeug? Oder? Nein. Das ist ja auch irgendein Wumwumwumwumwumwum. Irgendwas zu wabbern. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ich bin hier vorne. SLR hier oben. Willst du mal tauschen? Ja, ich glaube, ich tausche sogar echt nochmal. Erster Stock, wenn du die Treppe hochgehst, also direkt vor der Treppe fasst. So. So eine Handvoll von allem mit. War auch cool, wie er das so auf der Brücke sieht und anfängt rückwärts zu fahren. Ja. Cool. Wer nach links oder rechts, hätten wir nicht so schön bekommen. Hm. So. Überall nur einseilen. Die Krise. Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, ne? Bist du ja trotzdem so langsam, dass ich immer noch irgendeinen sehe? Hm. Irgendwie schon, ne? Nehmen auch noch viele. Ich habe auch noch die Hoffnung, den einen oder anderen Kill zu bekommen. So ist das nicht... Also wenn du mit Null hier rausgehst, dann will ich mich arg wundern. Hier ist ein Zweier-Hillen-Mecher. Freu mir. Ach, da. Also wenn wäre es schon ziemlich witzig, dann hätte ich nämlich aus dem Erangel-Schicken kein Kill gemacht, die letzte Runde elf und jetzt wieder null. Ja gut, bei elf da ist ja mal gut jetzt. Nee. Mehr. Immer mehr. Immer mehr. Mehr. Immer mehr. Wo sind die Leute hin? Wollen wir uns welche suchen? Na klar. No. Okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Wollte er ja auch nur genug, weil so vielleicht kommt da sogar noch was. Aber ich habe jetzt irgendwie auch keine weitere Lust, hier noch Ewigkeiten rumzustehen. Immer noch Lotta. Hm. Kontakt. Siehst du schon was, ne? Nö, nö. Ich höre aber was. Ich freue mich. Ich höre noch ein Fahrzeug. Das Fahrzeug ist vor uns. Brennt schon. Instant. Und da läuft ja noch einer. Auf Südosten, Max. Hinter dem kleinen Heuschen auf Südosten. 120, zwei Leute. Warte, nix. Der ist an dem Radlader. Links hinten dran. Dann sind glaube ich drei. Oder ist er weggerannt am Häuschen? Genockt am Radlader. Da ist noch einer hingelaufen. Der geht weiter nach links oben weg. An dem großen Häubern sind zwei. Oh, dass der noch lebt. Was, noch einer, Max? Instant. Ja, den hast du. Der erste Kill. Huh. Get set. Ich hab extra zwei Mal in den Jungen geschossen. Dankeschön. Da waren aber noch Schüsse Richtung Nordosten, glaube ich. Und da sind wir hier abgeschossen. Ne. Das war Rischenosten, Max. Das ist scheiße. Auf dich? Ja. Da, so ungefähr. Da steht ein Out und Grünes. Da irgendwo müsste er sein. Auf 50 Grad, von mir aus gesehen. Ja, ist der hin auch. Genockt. Haut schon, übrigens. Ich bin schon fast dran. Ja, ich glaube auch. Ja, einer läuft hoch. Ich weiß nicht, hab ich gerade einen gefinished, oder? Hintermobile. Instant. Ja. Fahrzeug. Auto. Von wo? Vor mir, oder ist es unten? Muss aber zu uns kommen. Er ist am Zonenrand. Ja, ich lauf drauf zu. Ne, er fährt links. Ne, die kommen, die kommen. Hinter der Mauer sind sie. Ne, fahren weiter links. Die Runde finde ich ja bisher am hertesten, muss ich sagen. Mehr. Brauche noch mehr. Einer ist schon am Dropper. Ne, der Drop ist gelootet. Halt, er fehlt sich für Pente, alles klar. Na ja, ne? Hahaha. Vielleicht hat er noch irgendwas Spezielles vor, keine Ahnung, oder irgendeine Quest oder sowas? Oh, ich dacke schon mal los. Ja, am Job war ich ja schon, da ist nix. Oh. Hm. Ich muss vielleicht sogar noch mal kurz Sachen wechseln. Was ist los? Ich hab mein Sechsfach nicht, in der Hektik nicht mitgenommen. Jetzt auf der SLR nun dreifach. Soll ich dann Sechsfach mitbringen? Naja, ist gut, hab schon wieder. Oh, hier ist meine Lieblingsstelle bei V-Candy. Wir sind da. Hm? Fasten da vergraben, letztes Mal. Gar nix, gar nix. Einfach, einfach schön und nostalgische Erinnerung. Ah, okay. Scheiße. Ach so. Ja, was ist so, was du sagst. Ich denke mal, hier links auf dem Hügel wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen. Hm, hm, hm. Ansonsten... Es sind doch zehn außer uns. Ich würde fast sogar ans Gelände rangehen und schauen wollen. Irgendwo müssen die doch sein. Ich geh ein bisschen ans Gelände schauen. Welches Gelände? Das große. Die Zementabrik. Ja. Ich sehe welche, aber auf dem anderen Ende der Zementfabrik. 200 Grad. Läuft eher zum Berg. Ja, oben rum, ne? Na, dann gehen wir mal entgegen. Max, großes Kopf auf die S-Guys. Ja, ich hab's vergessen. Aber jetzt ist sie da drauf. Alles cool. Hm? Auto. Ich hab's auch gehört. Wo war das? Richtung Süden vermutlich. Ja. Ja, Südosten. Ich hab Angst. Hier steht ein... Ab ein. Direkt am Schein fahren wir jetzt noch. Hm, den anderen. Das hat ein bisschen zu lang gedauert gerade. Das hat auch nie in die Hose gehen können. Ich hab auch erstmal schön auf den Wagen geschaut. Der war ja schon viel näher bei mir dran. So. Ja, ich hab auch nur den Wagen gesehen erst. Ah, die dürfen auch gut und gar nicht schon vor uns sein, ne? Also direkt vor uns. Wir müssen wieder runter vom Hügel dann. Irgendwie schon, ja. Ich bin schon sehr weit vorne. Und ich seh hier gar nichts. Ach, hier ist ein Drop von Tag gekommen. Ach, ich schnapp dir den Drop. Zumindest den Helm. Der MK ist drin. Oh, wegen drei Leuten lohnt sich das, glaube ich, nicht mehr. Na, glaube ich auch nicht. Oh, ich schweck's jetzt auch nicht. Vor uns, drei Leute. Vor, ja. Zwei knocked. Der andere ist, von euch gesehen, der läuft nach links weg. Unterhalb, oder was? Ja, ja, der läuft nach links. Nach links hinten läuft er weg. Ab ihn. Cool. Ja, dann noch vier. So, wo noch so ein paar Buffer? Das ist echt komische Situation gerade. Was meinst du denn? Ja, was? Finde sich gerade ein bisschen komisch an. Naja, ne? Äh, Kontakt 205. Hinter, hinterm LKW einer. Oh, bei mir. Der ist oben. Auf dem Hügel noch. Shit. Zwei Mann. Hab meinen. Gelb markiert ungefähr. Der LKW ist weg jetzt, ja? Der ist instant, ja. Der hier unten war das sowas. Ja. Bei mir ist weg. Bei Jonas. Die sind jetzt ungefähr bei dir schon, drüber. Zwei Mann. Über mir? Ja. Über ihm, oder was? Ja. Vielleicht noch 50 Meter oder so. Die kommen immer weiter auf dich zu jetzt. Von oben. Ich sehe sie. Einer müsste direkt über dir sein. Einen hab ich. Drüber. Ich sehe keinen. Der andere hat auch schon nicht. Es sind noch drei außer uns. Noch einer? Ich hab ihn. Sehr schön. Nice, nice. Nur weil ich sie im Kran noch holte. Ist er natürlich? Ist er die Preistag? Hast du sie bekommen, Raoul? Nee. Ich war am Job dran und dann ging's. Oh, die haben die orangenen Waffen recycelt. Wenn du am Überlebenslevel weiter nach oben kommst, kriegst du eine orangenen M4 oder Scar. Was für ein Scheiß. Was ist das denn? Ready, ready? See. Nice, nice. Ja, ich meine jetzt, wir können uns die Runde ja aufteilen, so in zwei Zweierteams oder so. Also ich habe mich eben auch nicht gefährdet gesehen, muss ich irgendwie sagen. Nö, ich habe auch nur darauf gewartet, dass wir dann mal auf ein Team treffen, die halbwegs gut spielen sozusagen und uns dann teilweise einfach nur wegballern, weil wir einfach blöd in der Gegend rumlatschen. Ich bin Raul, hat es ja gereicht. Ist halt nicht dein Gelände da drüben, da kannst du halt nichts machen. Vielleicht so eher Total War, was für dich schon ist. Immer noch halbiges Set. Das ist das schönste am Spiegel. Tja, ja. Ich bin auch gerade nun schon maximalstes Risiko gegangen, um überhaupt mal ein Kill zu kriegen. Die waren vor uns auf dem Feld an diesen Traktoren. Ich wusste nicht genau, wo die waren. Ich wusste es nur ungefähr. Vor mir offenes Feld. Ich habe mir scheiße drauf. Ich renne da jetzt einfach weiter drauf zu. Ich muss da irgendwie einen kriegen. Ja, hast du aber jetzt endlich zwei oder drei bekommen, oder? Ich glaube, fünf sogar. Total. Fünf? Das ist doch mal krass. Nach zwei Stunden ist er endlich mal warm. Das heißt, zwei Stunden hat den ganzen Tag heute schon noch Tief geteilt. Macht da nichts mehr. Aber ich weiß, wie das Gesicht gerade aussieht. Amüsiert vor allen Dingen. Also der erste Teil hat sich auf jeden Fall extrem die Scheiße an gefühlt. Was das eigentlich? Immer hin und her und hin und her und nüscht und wieder nüscht und wieder da zu spät, wieder hier. Wie sieht es aus? 95 Grad an der Straße. Da kreist irgendwie einer und geht irgendwie zu irgendwas komischem. Wie ein Arztgeier. Okay. Der ist tatsächlich hier so bei Orange gelandet. Okay. Ja. Alter, bei mir ist direkt einer. Ich habe ein gewisses Problem. Ich habe nur einen Karabiner. Ich bin bei dir. Der hat noch nichts. Hast du ihn? Ist hier noch was gelandet? Das ist krass. Ich bin ja schon dabei. Auf einmal putz, kommt vor mir direkt einer runter. Okay. Okay. Die werden die GC, Max. Ja, würde ich nehmen. Im Diner. Und ich lege den Karabiner wieder raus. Kann man nicht verstehen. Ich lege den Karadengriff dazu. Ich brauche keinen. Ich habe schon zwei. Ja, ich brauche ja zwei schon gefunden, deswegen. Kannst du einen mitnehmen? Ist bei Max, jetzt müsst ihr ja mitnehmen können. Kann ich noch, oder? Hier wäre noch eine SKS. Holst du die GC? Echt? Ja, ja. Die hole ich mir ab. Dann nimm mal den Kräft, der daneben liegt für Raul mit, bitte. Ich nehme hier auch noch schon einen zweiten mit, um auf nochmal sicher zu gehen. Aber ja, ich habe einen dabei, auf jeden Fall. Ja, easy. Ich hole mal den zweiten hier noch. Okay. Jetzt wird es langsam kurios. Oh, hier ist auch Nummer drei. Ich komme mal vorbei. Nee, nee, lass ruhig, lass ruhig. Alles gut. So witzig, ey. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Bei mir, bei mir ist einer. Noch einen? Bei mir ist einer, der ist nicht HFK. Das wird der eine sein, wo Max... Ich renne zur Kalle. Ist bei dir jetzt noch einer, Max? Nee, das Team hier ist down. Komplett. Wo ist der Kalle? Im Häuschen. Welches Häuschen, bitte? Das... Das Gude. Das Klohäuschen. Über uns. Ja, das direkt vor dir jetzt. Ist er drin? Ja. Erste Tür ist hier links. Links rum. Wartet auf mich. Wartet noch... Fahrzeug? Ja. Kommt die Straße runter? Ja, ja, ja. Hat schon Treffer. Kurz überlegt er, ob er mich überfährt. Ja, der fährt durch. Ach man. Ja, der ist weg. Aber die Zone ist gut. Ja, der Typ hier hat sich ja beinahe der Blase, ne? Ne? Was? Ja, ja. War relativ knapp. Ach so, oh, hart. Hart. Ja, ziemlich. Ich muss sagen, ich finde das Schicksal einfach eine faire Nummer, dass sie mir drei Leute einfach direkt vor die Füße fallen lassen. Ja, das ist kein Thema. Danke, Kai. Kai ohne Täter, Kai. Ich bin schon wieder so fast. Ach so, die geraden Griffe, da war ja noch was. Ja, ich hole mir jetzt erstmal die Waffe ab. Ist das noch markiert? Ich habe es nicht markiert. Das war das Diner, wo du eben gelootet hast. Ich habe nie einen Diner gelootet. Nee, ich habe einen Diner gelootet. Ich war direkt vor dir. Naja, dann war das schon für mich. Aber es ist Deiner rechts von der Treppe, wenn du vom Parkplatz auskommst. Ich habe noch ein MP-Magazin. Ui. Vector Power. Ja, ich habe nichts anderes gefunden. Solange sie nur nacheinander kommen, geht es ja immer mit der Vector. Du bist eine M4, Micha. Nö, nö. Ich habe da wieder Money-Problem. Ich kann dir 120 Schuss geben. Nö, lass mal. Die ist schon voll ausgebaut jetzt, bis auf das Magazin. Brauchen wir noch Buffer oder sowas? Ich habe 2x2. Na gut. Ich gehe mal rüber. Die wäre noch eine SKS. Habe schon. Habe schon. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Das war auch echt, aber auch witzig. Ich meine, ich meine, der jetzt den ersten erwischt hat. Ich fange dann ja an, da einfach weiter zu looten. Dann bin ich so auf halbem Weg, rückweg, drehe mich um. Dann stehen die einfach so 15 Meter vorm. Und da revivet einfach einer den anderen Typen. Ist okay, alles klar. Dann halt auch nehme ich auch den zweiten mit. Also das war schon, schon so ein bisschen skurril. Sowas passiert auch nur noch in Light. Mhm. Brauch ich immer noch Buffer, ne, oder? Naja. Ja, doch. Ein paar. Zwei, drei Stück oder so. Na dann, komm mal her. Das ist auch dein Griff. Ich bräuchte auch irgendwie noch ein größeres Visier und noch so ein, zwei Magazine. Hier ist ein Wangenpolster. Ich bräuchte noch ein Zweihelf. Ich glaube, davon hatten die sogar nicht mal irgendwas großartig dabei. Das war die Gäste. Fehlt mir noch. Hier liegt eine SLR, eine Karabiner und eine SGS. Nice. Also wenn du zu mir kommst, bist du auf jeden Fall glücklich. Ich glaube, unten ist auch nochmal eine Zweihweste drin. Hier war noch eine Zweihweste gerade bei dir links drin, oder nicht? Ich brauche einen Zweihelm. Achso, ja gut. Das hergibt sie. Raul braucht die Weste. Also oben bei mir im Haus gibt es eine... Okay. Hier, brauchst du es selbst noch. Magazin habe ich immer noch nicht gefunden für die hier. Oben ist noch nochmal ein SR-Magazin. Ja, würde ich nehmen. Wollen wir noch was für die SGS? Was für ein Magazin brauchst du denn? SGS? Nein. Zweihelm ist hier oben. Ah, Sechsfachvisieren. Nice, nice, nice. Hast du das SR-Magazin? Wo ist denn das, Micha? Das ist oben irgendwo. Hier? In dem Haus, wo ich eben drin war, bis jetzt auch schon, oder nicht? Ich glaube schon. Ja, da ist es nicht oben. Ah ja, ich habe es. Ich brauche noch ein paar Wangenpolster hier unten drinnen. Habe ich schon. Ich brauche nur was vorne drauf und... Oh, warte mal. Kann ich ja machen. Zack. Ja, ne? Wollen wir vielleicht so ein bisschen Richtung Tova oder so gehen? Dass wir hier noch so ein, zwei Gelände weiter Richtung Zone-Grenze kommen? Wo war er? Hat hier mal einen Notpunkt oder so übrig? Notpunkt? Äh, nee. Zweier, höchstens. Ja, du kannst meinen Zweier haben. Dann spielst du es freifach hier. Okay. Beim Dino-Park ist ein Drop runtergekommen. Ich geh mal hin. Ich geh mal hin. Der liegt hier ungefähr bei Orange. Ich seh ihn. Geil. Na klar. Das ist nur die Frage, wer schneller? So, wenn keiner ein Fahrzeug benutzt, würde ich sagen, ich? Ich schieße ins Bein. Also, ich schieße dich ab. Das wäre echt witzig. Ein bisschen schauen. Komm, für die Show. Links wird geschossen. Ich trete ab. Irgendwo vorm Dino-Park muss das sein, Richtung Osten? Rechts, ja. Irgendwo rechts vom Vulkan. Ich lasse alles dran. Dreier Rucksack, Dreier Weste und sowas. Das ist alles da. Ich brauche nur den Helm. Und den Yeti-Anzug. Oh ja, die schießen auf uns. Zehn. Auf 130 hinterm Baum. Hopp ihn. Nee, nee, genockt. Doppelkopfschuss mit der MK. Das tut richtig, ey. Ich muss die ja eigentlich sehen, aber ich sehe keinen. Ich sehe auch was. Ich bin auch auf der anderen Seite. Wie fällt der denn aus? Jetzt noch dreimal am Boden mit der MK getroffen. Ah, deswegen. Ich wurde zurückgesetzt. Jetzt ist er tot. Sehr schön. Spannend, wie das jetzt für den aussehen muss, ne? Wenn ich so hart zurückgesetzt werde für ein paar Sekunden. War's das jetzt? Nee, ich muss den finishen. Also, da war schon noch was. Wenn er noch ein Vierfachvisier findet, ich könnte noch eins gebrauchen. Ich kann dir nach da gehen. Nö, das war ich nicht. Braucht noch für die, für die... Für die gute alte GC, ne? Krass, ich habe die Schüsse ganz woanders gehört. Hm, guck mal, was der da hat. Was hat denn der da? Sieg eine Altpistole. Oh. Schnapp sie dir. Job ist auch verfügbar. Ja, dann mach. Warte, ich lade nach. Kontakt. Das Gelände hier unten bei mir. Nice. Sie müssen ja wahrscheinlich seine Mates sein. Fahrzeug. Fahrzeug. Direkt bei euch? Richtung Dinopark, hätte ich gesagt. Ja. Ja. Ja, sind am Dinopark dran. Im Dinopark, linke Außenmauer. Am Vulkan jetzt. Ja. Ich sehe es. Fahne hier auch. Scheint nur einer zu sein. Da ist die Maus. War nur einer. Kein AR Magazin. Micha? Ja? Alles gut? Ja. Versuch mein Bestes. Wie wäre sie hin, du und der unterwegs? Zwei Leute sind's. Im Gelände? Hier im Haus. Welches Haus? Das mittlere? Das große? Das brennt, das Haus. Ja. Ich sehe keinen brennen. Ach doch, ihr seht's. Auto. Auto. Fällt zum Drop. Ich komme zurück zu dir. Ach, da war ja noch der Drop. Genau. Ja, na. Auke ist drin. Nee. Hab's denn? Na gut. Hilfach, hilfach. Hab ich schon, hab ich schon. Nee, ich brauch das nicht. AR Magazin wäre noch geil. Hab ich natürlich auch nicht. Und baller ich mich da voll. Gibt's jetzt bei euch da hinten noch welche oder nicht? Nö. Also hier ist ein Auto gerade langgefahren. Ja, gut. Wohin genau jetzt? Keine Ahnung. Wohin genau? Das ist einfach keiner. Ich höre hier noch einen Flieger kommen. Und, wie habt ihr? Nö, bis jetzt noch nicht. Ein Dreier-Helm wäre noch mal schneller. Jetzt hat das. 2,55. Äh, Dreier-Helm war noch bei unserem Superjob. Ja. Ist aber weit weg. Lass lieber zu dem neuen Job gehen. Er ist viel näher dran. Ja. Gibt's hier irgendwie ein Fahrzeug oder so? Links von uns ist ein Fahrzeug. Ich glaube, ich habe mal ein Fahrzeug. Ihr kommt mit. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Mal auch Sebastian. El Comen. Da geht ein Flair ganz hoch. Nö, aber zwei Stück. Zwei Stück. Ja, dann hin da, ne? Da, 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 da. Was ist das? Die rufen uns. Die rufen uns. Hin, her. Ja. Hin, her. Hä, hä, hä. Hinnen, her. Ja, hin. Sollen wir euch noch einsammeln oder lauft ihr selbst den Rest den Weg? Nehmt mich nicht. Weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ah, du ist backfahrt. Nein. Oh. Ein Männchen und ein Weibchen. Statt der Ahnung. Das ist ja wie in den wilden 70ern. Das ist immer voll schwer zu sagen, wie nah oder die fern es ist, ne? Hm, hm, hm. Der eine kam aber gerade runter vor uns. An dem Gelände. Ja, das wird das Gelände sein. Es gibt eine Ridge leicht links davon, da würde ich es versuchen. Oder einfach ran, sagt er. Okay, einfach ran. Einfach ran. Das Gelände? Das ist es nicht. Das ist es nicht. Wieder einsteigen. Nein. Falsches Gelände. Links oben. Links oben ist es. Auch nicht so richtig. Ist noch weiter rechts dahinter. Woran erkennst du das? Ja, ja, weil es da hinten sind. Siehst du den Job? Ja, die sind vor. Komm vor uns runter. Ja, komm, wie weit wird es hier schon rausfahren? Aber ich habe eben schon einen Job runtergefallen sehen. Ja, die fahren, die fahren, die fahren. Einer noch. Die hatten noch ein weiteres. Fahrt zurück, fahrt zurück. Ich habe eben noch einen Topo anders runtergekommen sehen. Das waren zwei auf einen Schlag. Der andere Wagen ist da gerade runtergesegelt, der andere gepanzerte. Also hinter uns wird noch ein zweiter kommen auf Dauer, aber ja. Das ist auch geil, ne? So ein gepanzertes Fahrzeug. Also so viel scheint er ja nicht auszuhalten. Ich habe nur eine Vektor-Magazin draufgehauen. Ja, aber trotzdem, das war jetzt schon ordentlich. Ich bräuchte noch Fünfer, wenn ihr was seht. Ich habe 191 total. Das ist der Grund, wieso ich die Vektor nicht getauscht habe. Hätte ich auch nicht so viel Fünfer gefunden, hätte ich hier auf der Map auch echt eine Barrel in der K gespielt. Das geht mir so häufig auf den Sack, dass ich hier keine Muni finde. Also keine Fünfer. Ach ja, und wieder Richtung Dinopark. Ja, nice. Oh, fahren, sagt er. Fahren. 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 Ein auch Dom, Dom. Immer noch Coco. Wow. Ich könnte jetzt eine kleine Pizza essen. Irgendwie. Schon wieder. Schon wieder? Hm. Hm. Immer eigentlich. Das isst du ja doch jeden Tag. Oder? Nee. Das war Max. Hm? Achso. Wie willst du von mir? Was hab ich denn jetzt getan? Noch nichts. Aber es ist Profilachse. Achso. Wir müssen auf die andere Seite der Straße, oder können wir noch hin? Guck mal, hier ist unser erster Drop. Hier ist gerade ein Auto langgefahren, ne? Fahrer war da ja. Der steht da vor uns. Der steht da vor uns. Ist da oben. Am Mügel. Der hat ne Fleger losgefallen. Noch ne Fleger. Ach, extra für uns vorbereitet. Na, ist das freundlich. Buongiorno. Einer links am Baum. 165. Geh ins Gelände rein. So, brauche ich. So, brauche ich. Wurde genockt von links außen, Roboduck, an der Mauer. Bin aber safe. Ich hoffe, mein erster Schuss ist wenigstens noch angekommen. Hast du Rauchgranaten? Wenn die anderen schmeißt, oder die anderen am besten auch noch. Rechts im Haus, miche. Hm. Wohin? Zu uns? Ah, nee. Einer unten, einer oben. Kein Helm mehr. Zeig dich. Den hast du? Ja. Unten im Haus. Oben im Haus. Unten. Unten. Der ist jetzt hochgerannt. Der wird ihn wiederholen. Hat einen Hit. Unten genockt. Auch einen genockt außerhalb. Moment, wir haben noch einen auf Westen. Hinter uns ist ein weiteres Team, glaube ich, ja. Renn mal ran jetzt an die Häuser. Dann ans Gelände, ja. Welchem Haus sind die drin? Bei euch noch nah dran? Äh, das ist ganz richtig. Ja, was Richtung Berg geht. Zeigt. Genockt bei mir? Der ist da. Da hat ein Gnade oben rein. Instant. Okay. Gib mir ein Helm. Ja, wir hatten angeschlossen ein 3-Helm. Ich hole mir einen anderen. Nee, der ist weg. Da ist noch einer im Drop. Was? Da steht doch den hier Super-Drop. Na, das ist ein guter Einfall-Rubber. Ich glaube, da gehe ich mal ran. Mal gucken. Vielleicht finde ich da noch einen Helm drin. Oh, da ist noch ein 3er-Helm drin. Eine, da noch. Und eine M249 wäre noch drin. So, nee. Oh. Hinter uns muss auch noch irgendwas kommen, ne? Der hat doch noch was geschossen. Ja. Ist ja aber jetzt nichts. Ich schaue es nur. Fährt was, außer ihr. Ja, die zieht aber schon gut, ey. Das fährt noch was bald mehr. Noch ein Fahrzeug. Ist das Auto? Ja, Auto ist tot. War nur einer drin? Ja. Wir müssen direkt eigentlich weiter. Können wir machen. Noch schnell ein Energy. Brauchst du noch Buffer oder sowas? Nee, wa? Nee. War gut. Also, Westwehr-Zügelbergauf müsste auf jeden Fall noch was sein. Da haben sie die ganze Zeit geballert. Könnten überlegen, die sogar noch anzulaufen. Wir haben eine Minute. Die schießen auch nicht zu uns. Das könnten wir vielleicht wirklich sogar machen. Rechts hoch und dann holen wir sie uns. Okay. Am kleinen Häuschen auf 280. Gelb markiert. Weiter oben. Noch weiter oben. Ich muss hier vor mir noch irgendwas sein. Ja, am Häuschen. Noch ein. Im Häuschen drinne. Und rechts außen am Stein noch. Fast Zonengrenze. Zone kommt. In dem Haus hab ich. Zonengrenze hat zwei Treffer mit der MK. Der ist fast weg. Hab ihn genockt. Im Häuschen ist noch einer. Welches Häuschen? Das dunkle Haus. Oh, AWM. Nee, nee, nee. Richt genockt aus dem Häuschen. Der hat einen Häuschen hat einen Hit. Playzone. Oh, nee. Ich hab ihn. Noch einer. Tja, ne. Ich glaub hier wahrscheinlich eher ganz woanders. Für die Zone nur noch einer, ey. Hä? Wir haben die letzten Sätze jetzt aber auch echt rausgesucht, ne? Hast du nochmal einen Drop? Ich schätze mal, der wird irgendwo da drüben sein, ne? Ja. Ich lauf mal drauf los. Da, 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 da. Zeige die Stubt. Wo bist du hin? Das Spiel beginnt. Bei mir. Wer bekommt denn das? Hab ich. Heilt sich. Direkt an der Ridge vor mir. Ich krieg ihn. Nee, nee, nee. Ja, da war nochmal ein Air Drop. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das waren viele Air Drops. Wenn du im Tunnel bist. Ja, stimmt. Das war noch insgesamt echt eine ganze Menge. Aber wie können die bleiben? Miramar, oder? Nicht wahr? Wenn du Miramar spielst, ist okay. Kann ich machen. also bin ich dabei spielt auch mir aber und ich muss es zweimal anklicken damit funktioniert genau wie bei normalen pubg zu herrlich ja also für wen ist das in der neuen saison sind so die ersten runden für irgendjemand von euch kann es sein die neue saison angefangen letzte woche donnerstag oder so irgendwie sowas für mich nicht so ziemlich die ersten bei mir sehr schön sehr schön danke für die glückwünsche ans team danke danke was meint da gibt es einen zusammenhang nö das überhaupt nicht ich meine nur schicker start in die saison das wieviel war das jetzt hintereinander dritte 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 führte sechste siebte aus der lameng gegriffen siehste mal lameng ist auch ein schönes heute dass du das kennst ist doch alt berlinerisch klar lameng ist berliner aber sowas von diese diese dieses crossover zwischen irgendwie geartet französisch und deutsch ist auf jeden fall typisch berliner geben wir aus dem weg oder sowas nach dem motto woher hin wie machen poerto eine idee oh yeah poerto war bis jetzt eigentlich immer ganz angenehm letzten male danke danke für die glückwünsche vielen dank haus 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 hier sind doch echt noch ein paar rausgesprungen am ende ich schätze mal nicht dass mit uns jemand da hinten hinspringt gar nicht so selten ich hoffe ja auf dem fahrzeug ich auch bin zu faul zum laufen ja unter mir ist ein fahrzeug hier aber auch eins direkt hier kommt eins aber ich springe noch ein bisschen weiter ich spekuliere darauf dass da hinten nochmal eins kommt wenn ich nehme ich mir so ein boot vielleicht nehme ich mir wirklich ein boot ach zwei am over die nice warum ich eigentlich nicht berliner weil viele in berlin in berlin nicht berlinern also ist halt so es ist halt gilt als zu umgangssprachlich deswegen wird ja an den schulen eigentlich überall in südwest berlin aber auch ich kenne es auch aus nordberlin wird die halt wirklich eigentlich beigebracht schon in der schule sprich hochdeutsch wahrscheinlich eher brandenburg oder ja brandenburg ostberlin da ist da nimmt es dann tatsächlich enorm zu da hast du dann ganz viele berlinern ich bin auch ein berliner ja so ungefähr es spielt herr oh ne ey was denn da loot er ja schon wieder oder klar wir sind daran so schlimm naja war ich doch nicht achso ja das ist natürlich scheiße hier mir was dolles ohja ja ich muss sagen ich ich hab ich gefl immer mehr gefallen was die sks angeht aha das ist dann fast doch das ist echt geil das ist doch zum meister also ich hab das gefühl wenn die komplett ausgebaut ist dass ich mit der auch in einer höheren schussfolge schießen kann und trotzdem halt noch treffe also ich glaube die ist ein bisschen leichter zu kontrollieren im schnellfeuer ja die ist halt sehr präzise hier ist eine m4 und eine slr slr würde ich nehmen ist die markiert nice trotzdem macht es dann immer noch keinen sinn dass ich meine ars so spiele wie ich sie spiele ich muss mir eigentlich immer noch überlegen eigentlich muss ich dazu anfangen so eine vektor zu spielen oder sowas ja da war es ja auch schon mal ja bison bison wäre jetzt zum beispiel obwohl macht auch keinen sinn die spiele ich dann auch wieder auf mitte ja eigentlich so eine vektor oder thompson ich muss mir eigentlich die thompson anspielen 50 kugeln gib ihm es gab ja schon einige situationen da bist du auch ganz gut mit der abgegangen die ist an sich auch geil aber wenn du einmal mit der das verhaspelst mit Kimme Korn und die nicht mehr siehst bist du voll am arsch und das passiert halt bei mir auf jeden fall zu häufig egal mit welcher waffe also Kimme Korn ist überhaupt krieg ich wirklich nicht gut hin in der regel mhm die 2 eigentlich müsste ich als nahkampfwaffe dann oh jetzt noch eine m24 soll ich ja lieber die markieren oder sonstigen ne an sich vielleicht dann eher sogar sowas wie eine m4 die halt stärker auf die nähe ist mit der hohen folge oder dann halt so eine Barrel eigentlich wäre wahrscheinlich echt Barrel SKS so mein Ding ja und Barrel kommt eigentlich auch vielleicht relativ häufig jo mhm 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 nö 2er Helm oh die Rauchgranate nun noch mit Dreier Rucksack, das Beste, was das gibt Echt geil Niemand einen roten Griff? Nope Ich hätte gerne noch eine Barrel oder M416 Ich habe eine SGS Zipper, würde ich abgeben Ja, dann behalse und kriegst du die SLR Ja, nice Bei meiner Pose, ich weiß jetzt nicht, meine DSLR ist und die M4, die ist halt noch markiert Bei meiner Pose, wir haben Dreierhelm, wo ich gerade bin Will das dich noch jemand holen? Ich bin eigentlich bei denen näher, ja Mach das mal Ey Lass mich in Frieden Siehste, ne? Hier direkt bei mir dran Siehste, das hast du davon Siehste, siehste Leichter Griff wäre ja noch ansonsten Das nächste Mal geht es nicht an dem Roll Sie sind sogar nicht mehr allzu weit von der Zone entfernt Ja, passt schon Da da ba da Ba da 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 Wieso nichts Ja Ja, eigentlich müsste ich wirklich anfangen Eine Barrel zu spielen Letztes Mal Ja, da hat sie mir eigentlich auch gefallen Gerade auf die Candy hat sie mir wirklich gefallen Hm, so cool Ich bin jetzt in 4-fach über Ja Braucht jemand den roten Griff? Ne, war? Ne, nein, nein Dreiervisier Nope SR Magazin Ich bin gleich bei dir um die Ecke. Ich kann es dir direkt mitbringen. Tadaa. Vierfach Max, liegt schon noch. Nice. Bankpolster und so Kompensator oder so ein Spaß. SRA wäre noch irgendwie ganz geil. Ach, schade ich dachte, hättest du alles dabei. Nee, nee, nee. Schon voll gefreut gerade. Nee, nee, nee. Hier wurde gelootet. Oh, ist doch scheiße. Jetzt will ich nicht mehr. Wollen wir weiterfahren? Oberhalb nicht gelootet. Ah, ich bin ready eigentlich, ja. Ja, so groß und ganz. Ja, ich auch. Also mir fehlt noch vieles, aber ich bin ready. Geil, hab noch mal fünf Wochen Schalli-Eier in dem kleinen Ding da hinter mir gefunden. Ich bin noch mal Griffe und Mindungsfeierdämpfer rausgebrochen. Ja, nice. Also die Griffe brauche ich nicht. Ich glaube, ich bleibe beim leichten. Aber zwei gerade wären hier noch. So, zack. Ange. Ist das über? Ich hab'n SR-Charlie auf meiner DMA. Ich hab'n SR-Charlie auf meiner DMA. Ich hab'n AR-Charlie auf meiner DMA. Auch niemand das vierfach? Nee, das... Nö. Hubert? Nee. Okay, ich hab'n. Na gut. Gepasst? Ja, würde ich sagen, oder? Wie es so halb runterfällt, wenn du losfährst. Also was YouTube auf jeden Fall geschafft hat, Superlevelers, ist der Sexbot, ne? Draußen den rauszunehmen. Und den haben wir jetzt, die lange schon nicht mehr? Zwei Wochen? Drei Wochen lang? Mhm. Ist der... Was ja auch ganz gut ist, dass du nicht mehr direkt von den Profilen auf die Kanäle kommst. Das Geile ist, dass die da mit indirekt vielen irgendwie doch sehr jüngeren Personen auch noch zusätzlich ans Bein gepisst haben. Weil ja viele genau die Masche da auch gezogen haben und sich Random Accounts erstellt haben und dann darauf eigentlich den ursprünglichen Stream verlinkt haben. Deswegen ganz gut. Mhm. Mhm. Ich bin gespannt, was sie sich als nächstes ausdenken. Wie viele Varianten an Werbung ich schon kennengelernt hab' über YouTube in diesen vier, fünf, sechs Jahren oder was jetzt auch immer schon war. Nicht nur in Videos, auch in Streams, da ist... Briefkasten. Irgendwie sowas. Haustür sag' ich dir. Ich warte nur drauf, bis die ersten an meiner Tür klingeln. Möchten Sie meinen Kanal abonnieren? Abo gegen Abo? Okay. Direkt mit Tablet. Schörne. Entziehen? Ja. Ich hoffe, wir müssen auch nicht mehr allzu weit. Ja, je nach der... In der nächsten Zone. Ganz kritisch an. Guck mal, nur noch ein anderes Fahrzeug. Guck mal, da fliegt ein Flieger rechts an uns. Vielleicht kriegen wir ja einen Drop. Ich fahr' mal rechts hoch. Ja, da ist auch einer. Perfekt. Aber ich bin ja... Also... Aber... Ne? Es war ja nicht mein Tipp. Also, ich lag auf jeden Fall daneben. Ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass YouTube das wirklich hinbekommt. Ich bin froh, weil mir das Szenario dann auch nicht unbedingt gefallen hätte. Aber... Ich bin felsenfest davon ausgenommen, dass YouTube das nicht hinkriegt. Seht ihr den Drop schon? Ja, ich klopf mal auf Holz. Ja, dann müssen wir doch mal langsam einen neuen Wagen nehmen. Yeah! Was geht? Beste Farbe. Wahrscheinlich hier links am Berg irgendwo, ne? Oh, rechts meinst du. Ja, so ungefähr die Richtung, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht noch ganz knapp über dem Hügel drüber oder sowas. Hm. Perfekte Bergfahrzeuge, ich sag's euch. Aha! Hm, da ist er. Oh Gott, die alleine. Ja, meine. Eine richtige Granate, das zeig ich dir. Ich hab mir schon überlegt, ob ich irgendwas zum Trollen dabei hab, aber... Ich hab auch leider keine Granate dabei. Ich raue immer schön. M249. Ja, moin. M249. Liegt da noch Muni dran? Naja. Oh, freust ich auch noch tatsächlich. Ich schau mal den Wagen. Ich... Ich mein, so langsam aber sicher sollten wir mal den ein oder anderen sehen. Könnten doch Richtung Piccardo hochfahren oder so. Ja, oder Kirche, aber... Da wir bis jetzt hier nicht beschossen waren, würde ich mal fast sagen, in der Kirche ist noch nix. Hm. Tür ist auch zu soweit. Obendrauf seh ich niemanden. Ich hab noch einen kleinen Yoga dabei, falls... Falls niemand uns... Äh. Falls wir niemand finden. Aber vielleicht kommt ja noch ein Drop. Da hat aber auch jemand eine Flare gezündet Richtung... Ach nee, das wird ja der Flieger dazu gewesen sein. Da hab ich selber noch eine Flaregang gefunden. Ist noch ein bisschen fünferüber, Robert? Hä? 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 Was? Keine Ahnung. Hä? Hä? Wunder, dass ich. Oh, hier links kommt ein Drop, ne? Ach komm. Wir fahren zum nächsten, ne? Ich seh nix. Ah. An der Kirche, glaube ich. Ja. Ist nichts los an der Kirche, ne? Mhm. Pssss. Geil, 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 geil. Ich hab jetzt SR- oder AR-Magazin über, je nachdem was ihr wollt. Der AWM ist im Drop. Okay. Oh, schnappst du den, schnappst du den. Naja, schon die MK, hm? AR- oder SR-Magazin hab ich über, je nachdem ich kann tauschen. Ich brauch nix. Ich brauch auch nix. Du, Robert Dax, für die AWM. Da war ein Magazin drin. Oh, 8-fach liegt hier rum. Ja, das wollte ich mir jetzt holen. Ich auch, ich auch übrigens. Hast du ein bisschen Fünfer, Robert Dax? Ich hab Schreien-Magazine, nur. Hinter dir und... Hinter mir? Ja. Ja, hab ich verstanden. Wollen wir weiter Richtung Picardo? Hier? Ja, hier. Hier drüüüüüüben. Hat einer noch... Einer viele Koffer? Ich hab nur einen einzigen. Hier und ne Tasche? Ja. Ach, da haben 2, 2, 3. Wollen wir noch weiter Richtung Picardo? Weiter Richtung Picardo würd ich vorschlagen. Was haltet ihr davon? Nice. Bin ich dafür. Picardo find ich gut. Geil. Na, steig doch rein. Weil die dezimieren sich hier schon alle und irgendwie habe ich noch nichts gesehen. Ist aber auch selten. Zwei Drops, niemand kommt dazu. Der Ben Hess hat wieder rausgeflogen. Ach, schade. Okay, ich bremse mal bei mir. Wollte auch sagen, das Auto hat auch einen zweiten Gang. Ich war hier schon links runter auf einem Wege. Ich kann ja immer sagen, ungefähr hier war ich so. Jetzt habe ich angefangen zu bremsen, weil er meinte, ich fliege raus. Ich bin ja froh, dass da nie jemand hinter mir ist. Ja, bis jetzt geht es eigentlich immer recht gut. Obwohl, ich hatte auch schon jetzt ein-, zweimal Szenen, auch heute vorhin schon. Glaube ich heute oder gestern war das. Dann bin ich im Endeffekt rausgeflogen. Dann sehe ich selber meinen eigenen Namen nur noch im Killfeed. Irgendwann erscheint, von wegen, dass ich genockt wurde. Boah, denkst du ja geil. Auf dem Hotel, auf dem Dach. Weil ich feiere hoch, wollen wir das immer machen. Nee, warte mal, sind wir gar nicht mehr drin. Ich fahr zurück. Doch, jetzt bist du drin. Ja. Ist er wieder rausgeflogen? Komm, die können doch auf uns zu, müssen doch auf uns zu laufen. Du hast recht, ich drehe wieder um. Aber unten wär auch ne schöne Posi. So. Ich fahr mal knapp ran. Okidoki. Ja, sind immer noch raus drin. Ja, 330. Und so. Irgendwie fighten die da noch. Ich weiß nicht, die alle im Haus. Ja, aber die haben doch schon... Die schießen doch noch. Oh, eins sind oben drin, ne? Nice, nice. Das kommt noch ein Drop. 185. Als hätten die im Haus gefaltet. Ja, ich meine, die müssen auch noch raus aus Piccardo, ne? Sollte schon was haben. Ich zerschieße mal die Reifen vom SUV. Eingelock wieder. Auto kommt auf mich zu. 20 Grad. Hab dann rausgeschossen. Wo sind sie hin? Am Hütchen. War's, oder? Ne, einer ist noch. Ne. Bunz! Noch eine Red Zone. Ich geh ins Häuschen. Ich bleib hier draußen. Ist am Häus noch einer? Ne, alle instant. Alle instant. Ich geh mal zum Häuschen. War doch super oder rüber? Ich hab 10. Ja, ich hab auch noch 3. Ich hab 3. Na komm, nimm mal hier noch 3. Okay, locker. Die Graben-Taktik. Ich muss weniger Schaden kriegen. Ich hab die Dutzer nicht fahren sehen. Ich auch noch nicht. Die sind unten am Gelände noch. Die laufen jetzt zu dem Auto, was Jonas kaputt gemacht hat. Glaub ich. Eingenockt. Hab nur einen gesehen. Die ganze Zeit. Tja, ne? Ich seh ja auch nichts großartig anderes. Einer ist gestürzt. Ich seh einen weiter hinten in Picado. Rennt zu den großen roten Häusern. Er wird wahrscheinlich irgendwo links rumfahren oder sowas. Auch nur aufs Auto bis jetzt? Wie viel Zeit haben wir noch? Eine knappe Minute Ach, du hast den getroffen Ja, 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 ja Ich hab noch einen großen geholt Hatte gehofft, da kommt mal irgendjemand mit in unsere Richtung Habt mich schon erschrocken So ein Schatten über mir Schnappt ihr aber da vielleicht den absoluten Droploot oder so Weißt du, jetzt noch eine Grotze oder eine Ork oder so dazu? Ne, eine MK ist drin Schnappt sie euch Ich will sie nicht MK und AWM, Robberduck? Hast du aber schon mal nachgedacht? Ja, nimm sie Nimm du sie Wenn sollten wir es demnächst machen Wir haben noch 20 Sekunden, dann kommt die Zone Ich fahr schon mal Ich nehme das Auto aus, ich stehe jetzt zufällig Ach, hier steht ja noch Was? Hier steht ja ein Auto Hm So dann Machen wir mal Ich hab keine Vorfreude Auf das Mal Weekend im normalen Platsch Wie weiß ich es spielen werde Gleich zum nächsten Drop? Ja, wow Jo Ja klar Wenn nicht heute Wann dann? Ist heute eher Drop-Tag oder wie? Ja, ist ein Feiertag Oh ja Ah, links Glaub ich, ich orientiere mich aber direkt zur Straße Kontakt 230 Oh, andere Hügel, seitdem steht schon Hat einen Hit schon Ich hab einen Weiß Wisst ihr, was der Moppetfahrer macht? Äh, der Moppetfahrer macht Moppetfahrer Zwei habe ich genockt Ja Ich renne zu den Gebäuden, da bin ich erst mal runter Hm Ist eure genockt? Richtung 60 Grad ist auch noch ein Team Wir sind nicht drin 60 Grad und 100 Ja, oder wir fahren direkt Geht auch Wollen wir noch in den Drop reingucken Ja, das ist auch Was brauchst du? Alles Alles angeschlagen Oh, schnappst du dir? Ne Das ist doch viel Mach das Ding nicht Ich glaube, das Team auf 100 hat sich selbst getinkelt Mit My Nate Einen genockt wieder auf 240 Einer stark angeschlagen Ich nehme die Dings Auch jemand filmen, Muni? Da ist Vom Rauch ausgehend sind sie relativ nah dran Ich sehe, was 150 offen laufen Auf der Straße allerdings noch sehr weit weg Fahrzeug Fahrzeug Hinter uns Kommt zum Dropgefahren Noch ein Fahrzeug Okay Ich dachte, hier wäre weitergelaufen Wusste ich jetzt, wenn ich gesehen habe Hab sie Es war nur einer Schuss aus 150 Oben links im Gebäude Oben rechts Krankenkalle Oben rechts im Haus Was geht bei dir rüber? Weiß ich noch nicht Hat mich Kommt zu euch geposht Er ist auch tot Na denn Hat die Crate hier noch drin, die eine? Mal gucken, ob ich noch 6-fach kriege Das war von der Halle 130 Das gleich Ja, gehen wir hier vorne schon an die Kante, ne? Es liegen eine Menge Rauch Da war vorne eine Menge Rauch Da liegen ein paar Crates Ich guck mal nur, ob hier noch was ist Sieht safe aus Grüne Halle noch Die andere Halle von der Geschossene ist auch nicht drin, ne? Sie müssen Sie ist auch schon laufen zwischen den Containern, 125 Die sind drin, ne? Hier ab zur Kante und das war's Das ist noch einer Ja Siehst du ihn? Ne, das war nur eine Läuche Links an der Halle Die Halle Die Halle, die bei uns dran ist Und der ist außen, oder? Ich krieg ihn gleich Ja, ne? So läuft das, so läuft das Da steht ja ein Auto drin, habe ich gar nicht gesehen Ja Mhm, 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 mhm Mhm, 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 mhm Okay Also so langsam sollten wir wirklich anfangen mit zu zählen, wie viel wir gemacht haben Wollte ich schon gerade sagen, haben wir schon mal einen verloren? Äh, naja, ne Wir haben die ersten beiden abgebrochen, weil jemand dazugekommen ist Ansonsten dürften wir, glaube ich, nur gewonnen haben Nochmal, Miramar? Mir wumper jetzt Jemand wünsche? Ja Ja Ist egal, eigentlich Alles außer Sanuk Ja, so sehe ich es tatsächlich auch Bleiben wir nochmal bei Miramar Aber es waren mir tatsächlich ein bisschen zu wenig Fights Als dass ich Gefühlt Ordentlich was davon gesehen hätte Muss man nicht irgendwie ein paar Mal noch Miramar spielen Für irgendwie ganz viel Chicken Coins oder sowas? Pfff, keine Ahnung Hm, komm, weiß ich auch nicht Michael? Ready, ready? Bin schon ready Bei uns nix Schau mal öfters drauf Jetzt wieder Danke für die Glückwünsche, Ernst, Team Du hast oben rechts immer so einen Drop angezeigt als Symbol im Menü Und dann siehst du immer diese Sonderveranstaltung bezüglich, wie oft du irgendwas spielen musst, um irgendwas zu bekommen Ah, okay Aber ich bin immer auch kurz weg Ist gleich Hm Weiß einer aus dem Chat, wie viele es jetzt waren? Also das hier Zweimal wie Candy Und einmal Irange Ich glaube, vier müssten es jetzt gewesen sein, ne? Ne Vier oder fünf Dungs, 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 Dungs Ja Da können wir ja quasi direkt, obwohl wir könnten Können wir denn noch? Wir können nach Eposo oder nach Lacobreriria Oder nach Torre oder sowas Ich würde trotzdem ganz gerne am Anfang erst recht entspannt drücken Wollen Oder wir fahren bis zum Ende durch und fahren zum Campo oder sowas Na dann Lacobreriria oder? Ja Ne, warte mal Micha? Ja, ja, ja Ja, dann lass gleich raus und nach Lacobreria hochfahren Alles klar Bäh Ach Schlimmste Stadt auf mir aber Mit diesen komischen Zügen Ja, aber du musst die Züge ja nicht looten Obwohl Hier sind die Container ja wieder so krass, ne? Vielleicht sind die Container hinten bei den Zügen hier richtig gut Ich glaube, das gucke ich mir sogar echt an Ich mag halt nicht diese Abgedrehten So einen abgetrennten Teil der Stadt Kommst du vielleicht immer an der Mauer vorbei Unter mir ist ein Partybus Geil Das ist gut Ich sehe niemanden großartig mitspringen Bei mir hinten ist nichts Leute Und tatsächlich auch noch willkommen Alle restlichen So, die auch noch weiter dazugekommen sind Schönen guten Abend Hey Wartet Beeil dich Wartet Ich bin unterwegs Aber du müsstest oben drauf mitfahren und tanzen Ich müsste mich so festhalten, weißt du Mit beiden Armen links und rechts Und so mitfahren Das wäre cool Yeah See first person Sogar die Federn auf meiner Schulter Oh, bam Die Zone Goldene Mitte Sierra, würde ich sagen Immer die goldene Mitte Ja, perfekt Genau so muss das laufen So und nicht anders Ich freue mich schon wieder auf Seven Days to Time Morgen kommts Ich glaube morgen, oder? Ne, morgen kommts nicht Nein Weiter kommts wieder Ja, weiter Wann? 19 Uhr Morgen sind wir noch offen Ja Ja Ne Frei Ich weiß nicht Ich weiß echt nicht, was ich mal Im ersten Stock machen soll Schlaf dich aus Tja Das krieg ich aber auch bis 14 Uhr hin Das ist jetzt nicht so hoch, das Problem Kann ich noch blödig ausrollen? Mhm Nee Immer noch so Nee Tja, vielleicht fällt mir noch irgendwas an Also irgendwas wird's schon sein Ich schlafe auch Jetzt wirklich? Ah, nee Ich gehe später zuhause Erst um 6 Nee Das war Frühstückbautor Ich bin schnell Feuerautor von der Instruktion nach vorne So, raus mit dir Komm raus, komm raus Ich zeig's dir Nein Das will nicht die dämliche Autoschrot Und, wie sind die Container? Bin ich bei den Containern? Hab's vergessen Okay, ich gehe jetzt in den Containern Bam, bam, bam Ja, ich gehe mal rüber, mal gucken Was da so ist Ja, abends kommt PUBG Aber ich will morgen nicht zweimal PUBG machen Das ist ja auch heute mehr oder minder eigentlich eine Ausnahme Das muss nicht sein Das muss es nicht Aber schon Irgendwas wird mir wahrscheinlich schon einfallen Danke, der Umdruck für die nette Worte Ja, ne Was, 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 was Irgendwas Irgendwas wird sein Oh, sieht nicht so schlecht aus Geht los mit Zweierweste AK Hoffert Energy Kompensator AR Ist okay Kann man machen Energy Auch nochmal ein Das Air Magazin noch zusätzlich Das ist schon okay Sechsfach Visier Jetzt ist aber gut jetzt Noch eine Zweierweste Geil Ja Läuft Ich habe eine voll ausgebaute Hier Mutant Geil Wieso das denn Ich weiß Ich frage mich auch Irgendwas ist da schiefgelaufen Das ist ein Fehler im System Tja, also ansonsten Jetzt wird es langsam echt wenig Der Anfang hat mir besser gefallen So vereinzelt Hier halt irgendwie Loot mit dabei, ne So Aber ist okay Will jemand eine M4 spielen Oder eine AK Ich habe schon eine M4 Auch eine M4 Muni fehlt halt noch Aber Muni ist hier oben In dem grünen Container Muni habe ich auch noch nicht Dicke Grünhalle Irgendwas in der M4 Uiuiuiui Ja, so aus den M4 Wäre schon was Wäre schon was Geiles Würde ich tatsächlich auch Irgendwas machen Ich habe Bock auf Kompener Fieros Hab gesagt Ja Hab ich Aber deswegen bin ich noch lange nicht Bin ich noch lange nicht davon überzeugt Dass ich das nochmal streamen muss Hast du das mal gestreamt? Company of Heroes Klar Warst du doch dabei? Ach ne, ich habe es gerade wechselt Mit einem komischen anderen Spieler TV oder was? Ne, gibt es ja keine Ahnung In deinem Kartenspiel da Ach, Heroes of the Storm Ja, ne Das brauche ich echt nicht streamen Ja, ist halt so Komm Guckt sich doch keiner an Aber da kommt doch Da kommt doch jetzt nicht Kommt doch noch Dieses andere Spiel Das Amazon Spiel meinst du hat Amazon? Nein, das nicht Ich meine sowas wie Company of Heroes Also von den Machern auch Ach so, du meinst Iron Harvest Ja, genau Was so Steampunk mäßig ist Ja, genau Das kommt jetzt auch Naja, da freue ich mich auch Nächsten Monat Ja Irgendwie so Da habe ich ja schon mal Die Presseversion von gespielt Die ganz frühe Bin ich tier und stolz drauf Ja, genau, ich weiß Und ich habe letztes Mal auf GameStar glaube ich mal das Bericht darüber gesehen Also das soll nicht schlecht werden Auch die Story Ja, aber nur mal Vorsicht Ich meine ich schaue GameStar auch gerne Aber die finden vieles toll Ja Na Was Ja Mal gucken Also mir hat es damals Die Version auch schon gefallen Obwohl es sich Auch damals eigentlich Nahezu 1 zu 1 Wie Company gespielt hat Also es hätte auch irgendwie So eine Standalone Mod Irgendwie was Zu Company sein können So ein Complete Overhaul Oder so ein Spaß Also je nach Preis Werde ich mir das glaube ich schon zulegen Aber Ist jetzt nicht so Dieses Genre Was man nicht zusagt Ah, das hätte ich mal nicht Ja Braucht jemand noch ein AR Magazin Ja Ne, nope Warum brauche ich denn mit Braucht jemand ein Dreifach Oder ein Vierfach Nope Vierer, ja Vierer, ja Braucht jemand Kompensator AR Oder Haldengriff Koffer, ja Wangenpolster wäre noch ganz geil Ja, also ich musste hier viel laufen Richtig geil war es jetzt nicht Aber ich habe durchaus mein Stuff gefunden Also Das war jetzt auch okay Aber trotzdem würde ich hier nicht nochmal ran wollen Koffer Braucht jemand Koffer Nö Sechs Stück Eine Sanitasche Das Vierer brauche ich nicht mehr Ja perfekt Ich habe es dabei Wollen wir uns so langsam zusammenfinden Und uns irgendjemand suchen Ja, ich bin bei dir eigentlich Ich freue mich Verläufe nicht, haben sie echt eine coole Kampagne gemacht Bei Iron Harvest Da freue ich mich fast am ehesten drauf Weil dieses Dieses Steampunk Universum So wie sie es gebaut haben Bietet echt eine Menge Potenzial Für eine coole Geschichte Ich glaube auch das war Was die Games da im Wesentlichen hervorgehoben haben Ja genau Oh nice Also wie gesagt Bei dem Der Multiplayer Das war Hat sich angefühlt Wirklich wie Company So ich würde sagen 80-90% War es Company of Heroes 2 Company ist schon ein geiles Spiel Company ist ein voll cooles Spiel Vor allen Dingen Es ist richtig geil Auch zum Zugucken Also wenn es moderiert wird Hm Mein O-Check Na noch Domi Stecken vierfach raus dafür Ach Mist Ich muss mir aber langsam anfangen Ich muss mir langsam angewöhnen Ein Schrägvisier mitzunehmen Ich will unbedingt mit dem Schrägvisier noch zusätzlich arbeiten Hm Ich war eins dabei Hier Jonas Guck mal Hier Wankbuster Leck ich raus Oh ja Danke Ich nehme es auch nur immer Im Fall der Fälle mit Ja aber es nimmt halt keinen Platz weg Weißt du Es stört normalerweise nicht Und es gibt immer mal wieder Situationen Da ärgere ich mich dann wirklich Wenn wir am Ende im Häuserkampf sind Und ich muss dann auf einmal Mit dem Riesenvisier da irgendwie hantieren Das ist super scheiße Gerade in seinem Vierfach Dreifach geht's Meist ist noch irgendwie Ja Vierfach ist voll von Arsch Dann renne ich dann irgendwelche Häuser rein Und muss irgendwie aus der Hüfte dann teilweise sprayen Weil ich ansonsten die Übersicht verliere Das ist scheiße Gute Nacht Auf zum Drop Mein Heimen Ja Also Aber ich bin auch gespannt Vor allem wie gesagt Ich bin tierisch stolz Dass sie mich irgendwann damals angeschrieben haben Von denen aus Dass ich die Presseversion spielen kann Das war so ein Spiel Da habe ich irgendwann mal ganz früh Einen Trailer zu gesehen Und dachte mir Boah geil Das ist so ein Strategiespiel Auf das ich mich mal richtig freue Auch so privat Und dann wirst du irgendwann so von denen angeschrieben Das hat sich wie ein kleiner Ritterstreck angefühlt So hat sich Schöpferdack damals gefühlt Als er vom Playboy angeschrieben wurde Solltest du doch kein Facher Na ja Da ist er Ich sehe ihn Oh Geht Wüsten schief Wüsten schief Ich hätte gerne die Zweier Wester die da überhaupt bleibt Ja Stabt ich mal die Dreier Wester Stabt ich mal die Zweier Ich stabt ja ruhig die Dreier Dann nehme ich noch den Helm dazu Muss ich ja lohnen Ach und den Rucksack Will niemand das erweitert Schnellwechsel SR Magazin? Nein Ich lege dir das normale raus Dann pack ich mir das an die SLR Ich hoffe es lohnt sich diesmal Die AWM Warum? Äh in der letzten Runde habe ich auch einen damit gekillt Einen? Nein Ja Ich habe auch nur einen Schuss damit abgegeben Damit gibt es den Picher nicht zufrieden Warte warte Du hast beim ersten wahrscheinlich einen getötet Achso ja geile Quote Oh Moppet Und dann nie wieder mit geschossen Nein fahr dich weg Duuude Hau doch Moppet Wir können mit Okay Das hätte anders ausgehen Ey war doch nur einer Ehrlich Endlich Fünfe Sehr geil Was hatte der denn für eine Dropper Der hat ja nicht einen Geilean gehabt? Eine Org Eine Org Nehmt ihr sie? Habe ich schon Oh perfekt Brauchst du eine Fünfer? Nö Kannst du nehmen Ich habe genug Ich frage weil ich genug habe Wieso fragst du? Weil ich genug habe Und er die auch genommen hat Noch jemand einen Koffer? Nö 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 Und er wechselt Altrechte Maustaste Tja ne Ansonsten Ist doch erstmal nicht so viel Wir könnten ein Stück weiter reinfahren Vielleicht so hier hin Zu dem Gelände Aber das ist ja nicht so schlecht Müsst ihr mich mit Micha? Ja Ich komme gerade zurück Trotzdem muss er sich tierisch geärgert haben Oh ja Also Amminsten Eine hätte er mal erwischen können Ja Aber einfach auch Wie Weißt du Der Partybus kommt an Alle springen sie raus Rattert Da Alle drauf Schon geil Ich bin ein Dreifachen Und ich siehe einfach nur ein Gebüsch vor mir Ja Ich hatte jetzt auch Das selben Wieder das presentations Auch auf der Hüfte drauf gesprayt Weil der Sona dran war Kein weh getan Oh Hier ist aber nix Noch weiter fahren Was haben wir denn noch? Wir können zu unserer coolen Straße fahren, wenn ihr wollt Hier so runter Wir haben kein Benzin mehr Voll schnell Auto Holst du mich auch ab? Ja ich komm mit dem schnellen Auto Oh perfekt Ha Perfekt Brauch immer noch einen Mündungsfeuerdämpfer AR Perfekt Zumindest so halbwegs Könnten wir da echt hin Noch leben halt auch so ein, zwei ne? Ja Das darf nur eins nicht passieren Was? Wir dürfen nicht nicht erster werden Kannst du dir doch nicht sagen Doch kann ich Ich werde auf jeden Fall auch langsam müde Na, da brennt doch was Jetzt Taun, oder? Naja Ich hoffe nicht Reifen weg Oh und Nee, oh Gott Die sind da echt Ich bin nicht er Oh, sehnten Welch Wollen wir den Hügel weiterlaufen? Das geht Okay Dann können wir mal gucken Ob es den einen oder anderen anlockt Richtung Südosten Wollen wir ein bisschen da noch? Wir müssen die Bär schießen mit der OB Dann muss die Bär schießen mit der OB Naja, der braucht einen Moppet kommt auf mich zu Aus Südosten Einer? Zwei? War nur einer auf dem Moppet Aber ist genockt Ich push da weiter ran Na, ist den da oben, ja Okay Fahrzeug Gleiche Richtung Das war's, oder? Ja Aber da geht's weiter ab da, ne? Ja Oh, oben auf dem Berg Ah, okay Ja Ich seh dieser Gelände In dem linken Häuschen Ist er gerade rein Da an Straßenseite Ist noch was Richtung 175 Wunsss Wunsss Nice Hallo Ja Die von da an der Straßenseite Ja Nur der Straßenseite Drüben habe ich einen genommen aus der anderen Straßenseite Okay Tja, aber ich bin immer zunächst, ne? Was, Seile? Ne, nur genockt Zweimal jeweils ein Kopfschuss 245 im Gelände 119 119 Ja 190 Die im Süden sind außerhalb Die kommen jetzt aus der Smog Komm rein Komm rein Das muss noch einen in der Smog sein Ist doch bei Ihnen sind gerade, oder? Ist mir gefallen Ne, war aber da gerade gefinisht Hab ihn Ist ja schön Die im Gelände ist morgens nicht rein Und auf dem Berg noch welche, Achtung, ne? Einen kleinen Scheißhütchen eingenockt 1,35, da müssen wir selber ein Stück Wir haben unser Auto noch, ne? Mhm, ein Stück müssen noch laufen Hinter mir 65 Auf dem Berg Auf dem Berg? Leer irgendwo Wir sollten aber trotzdem auch langsam zurück zum Auto Wir sollten aber trotzdem auch langsam zurück zum Auto Stimmt, wir gehen auf 95, ja, im Busch Lass uns zurückgehen zum Auto Ich schaff's nicht Ich werd von hinten schossen immer Oh, von, ne, über dem Direkt close Ja, keine Chance Ich wurde von zwei Seiten geschossen Instant Hier ist auf jeden Fall noch am unteren Bergrand Wir müssen, wir töten uns selber Zone Kommt zurück Ihr werdet beschossen von unteren Bergrand noch Ich geh zum Auto Sammel, sammel Rübert ein Wir sind down Achso Oh, scheiße Hab ich gar nicht mitgekriegt Reifen weniger Naja Bisschen nur, bis wir auf die andere Straßenseite kommen Wir können auch noch unseren Wagen mitnehmen Und dann Jetzt tut sie mich geradeaus Bisschen weiter rechts Rechts, 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 kannst anhalten Ah, da oben Ja, so fahren Alter Auf geht's mit Geschwindigkeit Auf geht's Ich sehe sie nicht Hast du noch Buffer? Ja Können dir was geben Wir müssen weiter sogar in die Richtung Linken Danke Oder wir laufen links hoch Ich würde fast sogar hier laufen Ich würde fast laufen Ja Kontakt links von uns Links von uns 2,75 1,50 Instant War noch angeschlagen Da läuft sogar noch eine 2,50 Aber Noch hinter dem Hügel Okay Eine Einzige am Buggy habe ich gesehen Vor uns ist der Wagen, Jonas Ah Direkt über uns, direkt über uns Sehr schön Der da unten, da killt sie da selber Beim Body Hat zwei Hits Sitze in deinem Felsen Wir sind immer noch nicht drinnen Noch ein Headshot Jetzt stirbt er Ich geh rein Scheiß auf den Kommen wir da bei dir oben weiter lang? Äh... Ja, so halb Nicht auf innen Eher nicht so Einer hat sich mit einer Nate gekillt Das könnte er gewesen sein Von unten Zu fast sagen auch irgendwie Zonengrenze Noch zwei übrigens Könnten zwei Waffen sein Ich glaube aber nur einer Sind auch nicht mehr drin Ich geh auf die andere Seite des Hügels her Unter Der eine unten hat nen Head Mh Mh Das ist mein Job. So kann man auch seine Energies verbraten. Sind safe alle beide da unten? Hast du schon zwei gesehen? Nee, ich sehe immer nur den einen, der auf uns geschossen hat. Ich hätte auch immer nur, bin auch der Meinung, ich habe nur immer nur die SKS gehört. Bei mir ist ein Drop. Wo ist der? Er raucht sich ein. Hallo, wir müssen... Links neben der Smoke. Ja, die gehören zusammen. Ich habe einen genockt, hier direkt bei mir. Okay. Nein! Das war der... GG! Hoi! Kurz überlegt, unten nochmal zum Job zu gehen, der bei mir lag. Naja, ich wollte gucken, weil da waren noch nur Häuser. Ich dachte mal, wenn da vielleicht der Zweite oder so ist, ne? Hätest du's mal getan. Schön auch, dass der Zweite ja direkt ziemlich nah bei mir dran war. Ready, ready? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und zum Abschluss mal keinen checken, bitte. Abschluss? Na ja, das ist dreiviertel elf. Ja, gut aufgepasst. Oder machst du noch weiter im Solo? Ähm, 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 wahrscheinlich eher nicht, würde mich jetzt nicht drauf verlassen. Danke für die Glückwünsche ans Team, vielen Dank, vielen Dank. Was spielst du? Ich nichts, also ja, der Grotzer habe ich, aber ich schaue ja eben vor, der direkt vor mir steht. Der durchzieht die ganze Zeit. Wo soll's hingehen? Puh, Novokowski. Können wir machen. Moinach Inke, moinach Esmeralda. Ich grüße euch von Nightjack. Hi. Grüße zurück. Hi, Nightjack. Didi. Und ich springt keiner mit zu Noah, dann können wir da vielleicht noch recht fleißig luden. Naja. Können auch beides haben. Ja. 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 Mir ist egal. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich loote in Novo. Nimm ich auf den Containern. We are alone. Ich sehe ein Team Richtung Milta springen. Ich glaube, das war's. Mehr sehe ich hier echt nicht. Hm. 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 Kontainer, ich komme. Weg da, weg da. So, ich überprüfe nochmal so ein bisschen. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass aus dem Nichts dann irgendwie noch einer dazukommt. Ich sehe nur einen Kalle. Ich sag nur, wir kennen die. Naja. Das war echt witzig. Vor allem, der ist wirklich nur so zwei Meter oder so vor mir einfach auf den Boden aufgeschlagen. Ich nehme so eine erste Karabine auf, lade ihn so entspannt durch. Aber wutz! Landet da direkt einer vor mir. Okay, alles klar. Du hast doch gleich mit dem ersten Schuss getroffen, ne? Wollte sofort weg. Jo. Perfekt, perfekt. Alter, wer ist denn hier? Keine Ahnung, ey. Da ist ja was schief gelaufen. Keine Ahnung, ey. Willst du von mir, du Vogel, ey? Oh, Dreierweste, easy. Hier ist noch eine Dreierweste, Jonas. Hier, wo ich stehe. Jo. Hier ist ein Karabiner bei mir. Würde ich sogar nehmen. Alter. Gesäude, Condorne. War hier schon wieder fast überall nur runter. Zweier Helm wäre hier nochmal. Bankpolster. Hat er, hat er. Sehr gut, sehr gut. Hier ist eine AK, wenn du lieber die willst. Will er nicht, will er nicht. Will er auch nicht. Na gut. Dann malen wir mal von dann. Pull jetzt noch eine M4 vorne, wenn du die willst. Hat er, hat er doch. Das hat er, das hat er, okay. Ja, gut. Okay, wenn du schnell genug drückst, kannst du dich echt dann noch immer noch halbwegs festhalten an den Container und wieder hochziehen. Und wenn dir jetzt schon wieder so drei, viermal runtergefallen. Hier ist eine Barrel. Nein. Willst du die nicht? Nö, kannst du auch. Ich nehme jetzt erstmal den Karabiner mit. Und dann mal schauen. Keine Experimente. Weißt du auch. Nicht heute. Der letzte muss jetzt auch noch ein Chicken werden. Dann haben wir zumindest für PUBG Lite einen Rekord aufgestellt. Das stimmt wohl. Obwohl ich glaube, overall müssten wir es ja auch haben. Aber ich will es eigentlich immer noch nicht zusammenzählen. Ja, overalls zeige ich auch gerne. Stimmt. Hm? Ja. 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 Noch mal ein bisschen siebener. Okay. Schon wieder gefangen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt nochmal eine Pfanne vor mir. Oh, was ist denn das da für ein... Alter! Und schon wieder gefangen. Schalli ist er. Alter, Schalli ist er. Geil ist das. Köfferchen, Köfferchen. Hier ist nochmal eine AK. Ach, viele Sachen. Nein, das gibt es doch echt nicht. Geil. Hier ist nochmal eine Mutant. Noch jemanden... Wangenpolster? Nein. Na gut. Genau, warum... Blut müssen. Schalli ja eher. Äh... Nein. Aber ich bin mit. Bring ich dir mit. Hat einer noch einen geraden Griff oder sowas gefunden? Nein. Bin ich auch noch auf der Suche. Okay. Na, dann haben wir doch noch einen Schalli. Ach so, für die Pistole. Können wir getrost liegen lassen. Noch jemanden. Ach nee, ist es nicht. Noch eine Barrel, noch eine Barrel. Okay, alles klar. Ach so, ich bin... Hm... Achtfach Visier. Wie, man hat ein Sechsfach? Ne, ein Achtfach. Kannst du auch sein Achtfach haben, wenn du es lieber spielst. Mir ist egal. Schalli brauche ich nicht mehr. Ja, nice. Ja, gut. Ich glaube, ich wäre hier hinten irgendwie schon gefühlt so halbwegs durch. Ich brauche eigentlich gar nicht weiter loopen. Will jemand vierfach? Nope. Ja, ich brauche jedenfalls was für einen Karabiner. Ja, willst du ein Sechsfacher? Ich habe da auch noch ein Sechsfach über. Dann würde ich das Vierfach nehmen. Ja, hab ich separate. Das ist nochmal ein Vierfach, nochmal ein Vierfach. Ach, du Kacke. Ja, gut. Wie sieht es aus? Wollen wir vielleicht langsam los? Was wollen wir noch? Das ist schon echt Hardcore. Sind die deiner Gluten-Strauben? Ja, ne? Äh, Kranweil vielleicht. Ja. Aber auch nicht wichtig. Wenn du zu voll wirst, lassen liegen. Äh, er lässt sich liegen. Ja, ich habe meinen roten Griff dran. Das ist auch okay. Schmeiß Fernweh raus. Braucht das jemand? Nö. Ja, die Rückspur-Funktion bei YouTube ist schon eine feine Sache. Das ist schon durchaus recht mutweise. Das ist doch. Dafür kriegst du... Willst du lieber... Willst du lieber ein Sechsfach? Warte, Bär. Ne. Ich möchte das Vierfach. Dafür gibt es halt... Ich habe ja ein Sechser. ...die bessere Quali. Zumindest bei Full-HD. Mal hier. Robadag, wir kennen es doch schon so lange. Robadag, wir kennen es schon so lange. Jetzt will ich etwa... Willst du... Willst du mit mir... Keine. ...ehe eingehen? Willst du? Ja. Komm her, Schatz, wir tanzen. Ach, du Schatz. Was ist das denn? Was ist geil, dass das... War ich Stange, oder? Nee, das ist eine Rose. Ja, schon klar, Mann. Ciao, Robadag! Ich verstehe schon, wir wollen nur das Erbe abgreifen. Klar, klar. Jetzt hält er sie auch nur in der Hand. So schnell geht es heutzutage. Da ist die Trennung auch schon da. Ja, es ist aber keine Trennung auf Ewigkeit. Wir sehen uns wieder, keine Frage. Ja, das... Okay. Ich fahre zurück zu Robadag. So, schön. Will noch jemanden dreifach haben? Nee, ne? Ich greife die gebrochenen Herzen ab. Schönen Gruß von mir. Tschüss. An meinen strammen Ex. Jetzt muss ich gerade wieder an die Garze denken. Ach so. Nee, du meinst den Hasen, oder? An den Hasen meinte ich ja. Der ist geil. Ich kann nicht mehr, ey. Naja, war auf jeden Fall amüsant. Naja. Ey, da kommt ein Auto auf uns zu. Oho! Die sind doch zur Brücke gefahren. Ich glaube, die wollten die Brücke abgammeln oder so. What? Ja, die kommen aber. Achten, wir müssen die aufstellen. Wo seid denn ihr? Da hinten? An der Straße. Motorrad. Boah, hab ich da nicht gelesen. Der Krangriff fehlt. Nackig voll hier. Aber Autos müssen noch kommen, oder was? Hoffentlich. Ja, die waren noch hinter uns. Ja, die kommen, die kommen. Straße. Was, oder? Wolltet. Wolltet ihr uns auch was übrig? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, da ist noch was. Hinterer Rauch. Roter Baum. Naht ist drin. Die müsste ziehen. Schmeiß noch mal. Jetzt war's. Da ist nur Nate drin. Raus, raus, raus. Geh rein, Rauch. Geh rein, Rauch. Geh rein. Reimen sie ja wohl. Was sind denn da Verbände? Geht sich gar nichts an. Äh, flaggern? Hat ihr das? Naja. Nee. Machst du das? Nein. Echt nicht? Nein. Das ist so nah. Ja? Ist hier keinen im Himmel? Nee, vor mir. Der hat die nicht hochgeschossen. Hier lag noch einer. Hä? Alter. Hast du einen Koffer? Ich hab mit einem Sechsfach auf ihm geschossen gerade, als er auf dem Boden lag. Weil wir aber so drauf ist noch was. An der Hütte, an der Hütte. An der Hütte, an der Hütte. In Boker zwei Hits. Zwei Hits, ja. Ja. Alter, ey. Da geh ich nicht rein. Boah, die Zone, ne. Wir müssen auch weiterfahren. Oh, ja. Wo ist denn unser Auto? Aber wie hätten wir hier noch? Ach, Mopeds. Ja, hatten wir ja vorne. Ja, ich hab eins aber mitgenommen. Zweier Moppet. Habt ihr einen vor? Ich hab einen Zweier Moppet. Ja, wir auch. Achso, na dann. Da ist die Fläge. Will die jemanden noch einen Sechsfach haben? Ne, ne Handvoll Fünfer, wenn er noch gehabt. Ich hab mich auch nicht runtergeschossen. Leider nicht. Alter, ich bin erschrocken, ey. Ich hab mich auch nicht mitgenommen. Ja. Habt ihr uns beide haben können, ne? Eigentlich. Wenn wir den Nails oder so, hätte er ziehen müssen. Hätte gucken können, dass er vielleicht echt nur den einen oder anderen mitnimmt. Auto. Ich nehme die andere Brücke. Wir müssen die andere Brücke nehmen. Obwohl die fahren zwar durch, aber was solls. Das Moppet hat gelitten. Severny! Mal so ein bisschen Richtung Severny. Ja, wir müssen welche finden. Na komm, da war der Stange oben. Job auch Nordosten. Ja, auch zum Job. In die Richtung ist ungefähr ein Auto gefahren. Schönes Hinzu hier. Ist ja auch fein. Vogeljahrbarn. Das wird ja nicht so. Und alles ist wo, oder? Ja. Alles ist wo. Ja, nice. Kann man ja nochmal loslegen. Ich will dir nicht überfahren. Knäbe mich nicht? Boah, schnuppt euch. Fahrzeug. Auto? Der muss fast down sein Sein Mate ist down Hat er genockt? Er rollt genockt Ich brauche mir den für ihn, weil ich bin fast komplett leer geschossen mittlerweile Du bist noch bei zwei Leichen Du musst sie mit der Rose, nein! Oooooooohhh Ich habe die Rose nicht mehr Ach Mist, ich wollte, dass Micha die mit der Rose finished Ich habe die versehentlich getauscht mit der Pfanne vor allem Na toll Ich brauche Koffer, ich habe keine Koffer mehr Der hat zwei Nimmst du die Meter, soll ich die gucken? Kannst du haben Achso, ich kann sie dir auch mitbringen, ja Ich wusste nicht, wie du bist Wir können eigentlich zur Halle jetzt hoch, wenn hier eh nix ist Achso Micha? Ja, ich bin zu dir eben hin Ja, ich bin weg Ich glaube die kam auch so aus Richtung Halle, das könnte echt sein, dass sie noch was ist Aber wir können ja mal kurz gucken, was die nächste Zone so macht Ja, der hat hier noch 10 Energies Check 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 Energies Check Hat einer noch ne Hand voll Fünfer, so 30 bis 60 Kugeln Hier sind 140 drin Ah, perfekt Kompi Granaten Sie Ich würde eigentlich Roboter Gates Rapper werden müssen Das wäre echt klasse gewesen Schörne, wollen wir hier irgendwie zum Hügel oder sowas? Noch jemand Buffer? Ich habe jetzt 17 Buffer habe ich 17, nee Aber gut Na, ich baller mich ran voll Ich stehe mein Moped dran Auf der anderen Seite von Severny Ah, Severny ist auch noch drin Es geben echt noch einige, ne? Stimmt, ja Für Popchissel, Leitverhältnisse Wechsel doch die Waffen, Junge, ey Das ist so scheiße, wenn man Moped fährt Das wechselt hier gar nicht mehr Kannst eigentlich nur alleine Moped fahren Oder halt dann im Team ein anderes Fahrzeug wählen Aladin, Motherfucker Ich muss immer an den Film denken Ich war jetzt hier mit Genau General Aladin oder wie auch ich es, ne? Weißt du den? Das ist ein schöner Film Ich muss glaube ich mal schießen Ich kann ja auch versuchen, dass ich wechseln Komm mal Kalle schießt Die Waffe Kalle schießt Was sieht der Kalle? Flugzeug Nice Yay 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 Das hat was gebracht Nice No, schießt No, schießt den Drop ab Was ist das denn heute? Keine Ahnung Das ist der Fünfzigste Ich sehe Kontakt in Severny Nordosten Läuft in der Stadt herum Oh Wir haben schon Stress in Severny Hat's Die wollen unten so einen Erdhopper Das sehe ich sie nicht Hat schon zwei Hits Äh, unten rosa und oben so ein leichtes grün mit dem Geländer Ah, auf der anderen Straßenseite noch Okay Jaja Ja, genau Zwei Leute habe ich mindestens gesehen Ah, wer? Was? Wolltest du nichts mehr nehmen? Fahrzeug hinter uns Straße Kommt auf uns zu Ab ihn War alleine So Wieder in der Stadt? Ja Andere Straßenseite noch Schorne Guck mal was die Zone so macht Suchst du die Crate mich oder ne? Nein, nein Ich brauche nichts Apropos, ich buffere mich mal weiter durch Und? Ich wollte da oben nicht so stehen Es ist ja ein bisschen beileid immer Komisch Bis zwei, drei Meter weg siehst du nur eine flache Fläche Ja Vielleicht zeigen sie sich halt aber auch noch so Den ein oder anderen mehr Ja Ich gucke auch, wie Schatten oben mit dem Baum da fahren Was ist der denn? Mhm Äh, auf dem Haus, wo man aufs Dach kann Auf unsere Straßenseite Oh Das linke Oh, sorry Ist ok Ist ok Bin gebaffert Auf der Kirsche Einer läuft die Straße rüber Zu uns Ist aber jetzt hinter der Maus Fahrt voll Fahrt ihr? Nein Oh, bei mir Richtung Süden Eingenockt Sehr schön Eingenockt Auch ein Einer dürfte es eigentlich nur noch sein Ich pushe weiter ran Der ist hinter der kleinen Hütte, glaube ich Ne, der ist gerade links rüber gelaufen zum Hochrollen Im Haus Ich habe Nates Oben drinnen, oben links Richtung Balkon Heilt sich gerade Du hast... Ich glaube die gingen durch das Haus Unten eingenockt Eingenockt Ich sehe keinen mehr Bei euch Der muss noch oben... Oben ist, muss noch einer drin sind Relativ sicher Wenn ihr noch Nates habt Der ist unten, Micha Hart links Hart links Hart links Sehr schön Die Zone kommt Die Zone kommt Die Zone kommt Wir sind nicht drin Ich hoffe, wir werden die laufen jetzt Ja Die müssen jetzt kommen Ne, die laufen schon Ne, die müssen jetzt kommen Nein, die laufen schon Der Kalle Bist du drinnen? Ja Die müssen doch auf dem Field laufen, oder? Das Stück ist ja noch vorn links drin Äh, ein Auto ist weggefahren von Severny Da, wo das Motorrad ist Hab einen genockt Da, wo das Motorrad stand Im Haus Nice Wo sind sie denn genau? Das war's, oder? Ich hab's gekält Ja, ja Oh nice Mockt Links Von der Shooting Range Ja, Südosten Südosten ist ungefähr Ist ein Buggy langgefahren eben Ich würde auch schon Und sie wären ja auch weg Sie müssen gar nicht über die Straße wahrscheinlich rüber Nein Da schießen sie jetzt Nun, einer liegt 130 Nee, der liegt Auf den Treffer Sehr schön Hab auch einen Ich glaub das war's Du hast so nen Kill bekommen Ich hab meinen gefinished Ne Der am, am Airdrop liegt noch einer Südosten Läuft einer Halb hoch den Berg hoch Der ist genockt Der war der Waffe Nee, nee Ich hab den gekillt Naja Am Bunker Eingang 130 Zwei, drei Mann Die gehen in den Bunker rein Sollen sie da verwecken Sollen sie da verwecken Sollen sie da verwecken Tja, ne Tja, ne Ich glaub auch nicht, dass denen das sowas großartig weiterhilft Vielleicht zwei von uns auf die andere Straßenseite Ich geh Okay Gleich komm mal Äh, 60 Grad Rüber 60 Open Feet Na, guck ich schon nochmal ein Hab ihn Ah ja, okay Der Ben Gönn mir Gönn mir bitte noch nenn mal Ja, ich hab ihn ja schon Der Bunker oben links ist tatsächlich sogar noch ein bisschen drin Oh Zwei Leute Der noch außerhalb Bin gelockt Zonengrenze Kommt auch schon zu, Micha Weiter rechts im Gras Weiter rechts im Gras Hast du? Nice Ja Ja Noch dry Mit Rauchgranate Sonst kriegt er mir nicht Hab ich Ich hab mich ordentlich selber geballert Oh, der liegt daneben gesammelt Ja, die haben mich halt beim runterlaufen ziemlich gut getroffen Deswegen musste ich mich erstmal heilen Ja, ja, ne, danke, danke Alles gut, passt schon Und ich hab nur, ne Ich hätt die ganz locker haben müssen Ganz, ganz locker Laufen los Neeein Treffer Kalle, Kalle Kalle Riegel Kalle Riegel Komm rein Ist er noch zwei? Ja Ja, ist noch einer. So ein Arsch, ey. Was soll das? Was soll das? Ja, gut, ne? Machen wir jetzt weiter, bis wir einen machen. Also bei einer wäre ich wirklich sogar noch dabei. Ja, dann los. Dann gehen wir raus. Okay, dann kannst du mich mal. Mach's gut, viel Spaß. Oh, Missionchen. Also mir ist Wayne, wie sieht's aus? Seid ihr noch dabei? Ach, Musiker. Maul? Nein, weiß keinen. Ja, gut. Letzte Runde. Müsst du auf jeden Fall einen guten Schnitt heute gemacht haben. Also ich meine jetzt nicht nur vom Gewinn her so insgesamt. Ja, ich denke mal schon. Vor allen Dingen darfst du ja nicht vergessen, dass die von PUBG ja immer die Runden überschneidend rechnen, ne? Also für die gilt es ja nicht immer pro Runde, sondern pro Tod. Und wenn du über fünf, sechs Runden nicht gestorben bist, dann zählt das immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Oh, ich bin gestorben. Oh, ja, ist doof. Kann er auch. Müssen Max nicht einfach mal rausschmeißen. Ich bin, ich bin auch einmal gestorben. Bei der ersten Runde, ja, ja. Bei der ersten, beim ersten Irangel schicken bin ich gestorben. Aber ich glaube, danach nicht mehr. Na denn? Oh, Koski wieder. So die selbe Flugrude wie vorhin. Das ist auch die gleiche Runde. Wir spielen doch noch. Achso. Danke, Pat Rohde, für deinen Unterstützerstatus. Vielleicht sehen wir auch wieder den Aladin-Fucker. Wo wollt' dann hin? Kameshki? Ach, Novo. Oh, gut. Container. Okay. Container. Okay. Okay. Ach, Setzeripos. Einfach ignorieren, sonst... Weißt du, wie das ist? Sonst gewinnen doch solche Vögel. Ignorieren, das tut denen am meisten weh. Ich hab' einen vor mir, zwei. Das ist ja auch drei zwischen Micha und uns. Boah, drei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, scheiße. Vorgelände. Vorgelände. Vorgelände gehen auch welche mit. Ich springen zur Kreuzung. Da springt keiner hin. Dann springe ich zum Gelände, dahinter sogar 200 Grad. Ja, dann versuchts Richtung Kreuzung. Ja, geil. Dann können wir ja vielleicht voll auf der Brücke, ne? Und so. Ist der Bescheid? Dein Mikro muss doch sowas von feucht sein. Nein, das machst du aus den Backen, Micha. Dann geht das schon. Das hat er jahrelang geübt. Klar. Rechts bei dir ist ein Moped an der Straße, Micha, nicht weit weg. Lass mich in Ruhe. Ich wollte ja nur mal gesagt haben. Ich hatte schon Angst, dass du herkommst. Nö, nö, nö. Ich suche immer mein eigenes Zeug. Achtung, Mauer. Mal bist du da, mal bist du weg. Mhm, so sieht's aus. Oh. Eine kleine SKS. GG, Senior. Ja, ne? Weißt du, wie's läuft? Hm. Na, ich, na ja, ne? Ich krieg den Zusammenhang. Sagen wir mal so. Was kriegst du? Na, haust du das Geld? Hm. Ist ja auch ein krasser Ohrwurm. Ja, ist es doch. Trotzdem ist es mir irgendwann tierisch auf den Sack gegangen. Weil dann gab's ja irgendwann diese komische Techno-Version oder so. Und dann musst du, hab ich die recht häufig gehört. Nö, nö, nö. Vor allen Dingen, wie die, was die da immer krass absingen. Normalerweise mag ich keine Film-Rug-Summe. Hm. Ist noch eine RKM und Vector. Rübeer. Wenn ihr noch irgendwo so kleines Visierchen oder so findet, ne? Ich hab weder das, ich hab gar keins bis jetzt leider. Wo wir hin? Ganz genau, Lippau. Tankstelle links. Ist schon alles gelootet. Hä, hast du gesagt, Tankstelle links? Äh, die andere Tankstelle. Wollen wir nochmal rüber? Andere Brückseide. Ich würd, also ich würd auf jeden Fall sogar noch rüber gehen wollen. Ah, die Zone. Okay, jetzt versteh ich das Ganze. Dass ich besser finde, DayZ oder Scum? Definitiv DayZ. Kali, soll ich dich mitnehmen? Na klar. Mach es. Wie viel Siege haben wir jetzt? In Folge? Sechs? Fünf oder sechs? Also ich hatte vorhin gefragt, da hieß es ein paar Mal fünf. Dann war grad nochmal gar nicht. Ich glaub, das müsste gerade in der Sechste gewesen sein. Kannst tatsächlich ja auch ausrechnen, so über den Daumen, ne? Sind jetzt seit knapp vier Stunden dabei. Du hast ungefähr so 30 bis 35 Minuten pro Runde. Wir kennen hier nämlich ein kleines Stück schneller. Komm ich eindeutig auf zwölf. Ich brauche noch Dinge, die ich hier nicht finde. Oh, zweier Rucksack. Jetzt vielleicht doch schon ein bisschen. Oh ja, das fehlt mir auch noch. Wenigstens nochmal ein Holo. Höhle. Höhle. Zweier Weste bei mir und zweier Rucksack bei mir hier unten drin. Oh yeah. Bist du mal markiert? Hm. Hm. Zeit ist noch. Oh, da ist ja echt noch einiges. Alter. Wieso gibt es hier keinen einzigen Rucksack? Glaubst du? Also hier ist nochmal ein Einser, Micha. Kein Ding, kein Ding. Taktisches Lager wäre hier drüben noch. Nein, nein. Nö, 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 nö. Nix da. Oh, hier ist ja nochmal ein Visierchen. Nice. Braucht noch keiner ein Visier? Braucht noch keiner ein Visier? Also ich würde tatsächlich sogar noch eins nehmen. Ja, das ist die letzte Runde. Ganz genau. Gute Nacht, Elise. Welche Waffen hast du? Ich hab ne... Wiener. SK SK? Nein, gut, dann brauche ich euch das große nicht zu geben. Noch jemanden mitnehmen? Ist das mein Fahrzeug? Das ist ein Dreier, ob das da vorne an der Straße stand. Okay, dann ist gut. Nö, nö, dann hol ich mir erst mal einen Rucksack. Mach das. Lass sie auch nochmal in den URZ stehen. Hey, ich hab ein Moppet hier. Okay. Alter. Läuft. Das ist ein Geländemoppet. Ach, komm, ich nehme den URZ noch mit. Na gut. Hat einer die Tanke gelootet? Ja. Ja. Nein. 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 Und hier die kleinen Dinger? Äh, die Tankstellen? Ja. Äh, Bushaltestellen. Da hat ich spät, da hat ich spät. Es ist spät, ja. Er hat nur kleine Dinger gehört und konnte ich mir denken. Auto kommt, Auto kommt. Ja. Loo, hoot. Ja. Oh, ganz entspannt. Bruder, muss los. Nix ist in der Mini, ey. Wenn ich das schon sagen höre, mich selbst, mich schlecht. So, wo fünfer? Ich hab eine Menge Koffer und so einen Spaß, ne? Das ist gut. Ui, ui, ui. Es wird auf jeden Fall spät. So, auch da ging schon wieder einiges daneben. Brauche ich schon ein MP-Magazin. Ich leg ihn vierfach aus. Ich hab keinen der beiden getötet? Okay, krass. Nö. Hast du kein Kind ankommen? Neee. Ich dachte, den ersten hätte ich zumindest irgendwie abgeballert oder so, aber nee. Hast du ein Bein gestellt oder so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Danke, Mr. Snapshot, für deine Spende. Hier mag sein Achtfach-Visier. Ich danke dir, Mr. Snapshot. Tatsächlich habe ich gerade wirklich eins gefunden. Insofern passt das auch in dem Fall. Ich danke dir. Ich weiß nicht, also den letzten habe ich gesehen, hat Jonas weggeballert. Na, ich hab alle zwei, ja. Achso, ja, perfekto. Die meint Fünfer, so ein bisschen. Ich hab 50 Schuss. Kleine Schütze, ja. Ich steig auf einer AK um. 16 lege ich raus, Fünfer. Siebener kann ich abgeben. Naja, deswegen. Das macht nämlich alles keinen Sinn. Hatte noch 13 Kugeln, ne? Hat einer... Habt ihr alle halbwegs Magazine? Nee, mir fehlt noch eins. Für? Ähm, UMP. Na, das haben wir nicht. Habt ihr Koffer? Ja, ich hab immer noch drei und fünf Buffer. Einen Koffer würde ich dir abnehmen. Ja. Kriste, Kriste, Kriste. Danke, danke, äh... Chat, danke, danke. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Macherei. Danke für die vielen Pfirsiche. Boah, echt, da hast du richtig Lust drauf. Ja, ich steh auch auf den Geschmack. Ich mag auch Nektarinen und so'n Spaß. Das ist auch alles geil. Aber ohne Haut. Du magst... Die Pflaumen nicht. Die Pflaumen für sich Zeug. Ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen so Aprikosen oder so. Das ist ein bisschen angenehmer. Oder halt echt auch Nektarinen. Nektarinen sind auch geil. Ich mag glatte, schöne, feste Hausen. Ja, Nektarinen sind geil. Ach, wenn wir uns... Wenn wir uns an die Brücke stellen, sind wir in der Zone. Joa. Also wie das ist... Keine... Okay, ich komm mit. Ich glaub nicht, dass es die, ehrlich gesagt, aus Dings waren, ne? Novo. Aus Novo. Das wird's hoffentlich, ehrlich gesagt. Ich glaub schon, dass da noch was kommt. Ich mein, diesmal haben wir ja auch kein großes Risiko. So ein paar Minuten können wir hier noch warten. Ja. Ich geh auf jeden Fall mal Stück zurück. Mach das. Hat jeder... Die Kreuzungs-Dutes. Hat jeder halbwegs Buffer? Fünf Stück? Ja. Null. Kein. Okay. So krieg ich da auf deinem. Ich hab hier drei rausgelegt. Okay. Es kommt was. Es kommt was. Buggy, rechte Seite, noch sehr weit weg. Auf der rechten Seite der Brücke. Bei mir auch. Die haben angehalten. Kreuzung, glaub ich. Haben wir uns, glaub ich, aufgesehen. Haben wir uns gesehen. Machen komische Dinge. Naja, einer hat einen Treffer. Kreuzungsgelände ist besetzt wie immer. Nur zur Info. Okay. Nicht so geil. Oh, die, die pushen ja schon. Die sind schon mit dem Böden. Hab außerhalb einen genockt. Du auch, Jonas, oder? Ja. Die waren mega schnell. Wo ist der noch bei mich, ja? Die waren alle bei mir schon. Einer war noch am Gelände gewesen. Hey, ich mag's weiter. Ach, das ist doch riesig. Wurz, wurz. Da schießt du mit einer Schotflinze. Ja. A-G, kommt. Die scheinen die anderen getötet zu haben. Ich hab auf jeden Fall meinen Kill reingekriegt. Wo sind die hin, die vom Buggy? Die sind links neben dem Vorgelände. In den zwei Häusern. Ich markier's. Gelb. Alter. Jetzt fahren sie. So, danke. Welche Brücke sind gefahren? Sind zum Teil auf dem Feld. Ja, der ist gerade in... In das grüne Haus rein. Ah, ich seh's. Das war nicht der. Am Haus. Geht aus dem Haus raus. Ähm, jetzt im großen Haus rechts. So. Jetzt da oben drin. Großes Haus. Nur mein gefinished. Ist nur noch der im Haus, ne? Ja. Ja, ich seh ihn auch noch. Ist mit dich drin. Hm, ich seh ihn. Na, komm. Geht rechts raus. Ich hab einmal getroffen. Ist hinter nem Auto. Instant. Sehr gut. Huiuiuiui. Da wurde es dann auf einmal noch ein bisschen mehr. Warte. Ja, ich baue noch schnell. Nein, nein, mach ruhig. Hier steht ein SUV. So. 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 Okay. Naja, gut. Dann. Ich weiß nicht. Hatte ich hier vorne nicht irgendwo ein Fahrzeug? Irgendwie so. Können wir auch zusammen. So, irgendjemand sollte mich vielleicht doch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich mein Auto gelassen hab. Doch, ich hab's noch. Alles gut. Alles klar. Gute Nachts, Sven. Gute Nachts, Sven. Red Zone. Ich umfahre sie links. Mal noch Patrick. Jo. Ist aber die letzte Runde. Also ist gleich vorbei. ist gelootet. Brennende Autos Rechts am Gelände An dem ich gerade vorbeifahre Äh, ja Sieht ihr denn Leute? Nö, ich seh nur die Autos Ist ja auch nicht großartig was Lass weiterfahren, die Zone ist ein Stück entfernt Ja, Chittern Ja, du weißt Das Internet, das vergießt schnell Tatsächlich sehr schnell, was sowas angeht Ich bin gerade an, glaube ich Noch ein Fahrzeug vorbeigefahren Links im Gelände, Schüsse Ja Okay, dann fahren Rechts im Gebäude muss noch einer dran sein Eine oben im Haus Bacom Granata Ich weiß nicht, dass er das überlebt hat. Der heilt sich. Ich hab mich selbst gedockt. Ich sag, es wird spät. Oh nein. Ich hab das Scheißding auf Einzelschuss gehabt. Ja, pusht euch. Links rum. Es ist aus. Es ist geschehen. Granate kommt. Zieh ihn weg. Links rum. Er heilt sich. Wo ist das Fahrzeug? Liegt links rum. Links hinterm Baum. Auf der Karte eingezeichnet. Weiter rechts, 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 rechts. Da. Ja. War noch Joke her. Du wünschst dir auch. Du wünschst dir auch. Nein. 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 nicht sein. Hätte sich ja ein bisschen anstrengen können. Das war deine letzte Chance. Hatten wir dir vorab besprochen. Ja. Na gut, das war's heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke für die Likes. Danke für die Abos und die Spenden. Schlaft alle gut. Wir sehen uns morgen wieder. Und zwar um 14 Uhr. Ich weiß zwar noch nicht zu was, aber es wird definitiv morgen um 14 Uhr ein Programm geben. Bis dahin. Adieu. Gute Nacht. Gute Nacht.